Berlin ist sehr laut. Herzlich willkommen zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir sind wieder zurück, live wie immer aus dem Experion, heute in Berlin. Wir haben ja in der letzten Show so einen kleinen Ausdruck hierhin gewagt. Ist ganz gut angekommen. Aktuell ist vor allem in Köln Karneval. Deshalb sind wir wieder hier. Wir haben auch ein paar Leute gerade schon nachgefragt, die hier zum ersten Mal sind. Großen Applaus für euch. Danke fürs Kommen. Ja, volles Haus hier in Berlin. Und wir haben natürlich wieder einige Themen im Fußball, die uns über das Wochenende oder auch davor in der Champions League beschäftigt haben. Wir sprechen über die wichtigsten Ereignisse im nationalen und internationalen Fußball. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann tut das doch sehr gerne. Wir sind überall auf Social Media vertreten. Auch auf Twitter diskutiert das sehr gerne mit unter dem Hashtag Ed Broski. Vielleicht werdet ihr auch in der Show eingeblendet. Für die, die eingeblendet werden, gibt es auch was zu gewinnen. Und auch für unsere Zuschauer auf Twitch soll es natürlich was geben. Wir haben wieder die Drops aktiviert. Wir verlosen unter anderem 10 Gutscheine. Haben drei VIP-Tickets für die Ed Broski-Show zu verlosen. Da könnt ihr dann mal zu einer Show kommen. Egal ob in Berlin oder Köln. Kriegt dann den Aufenthalt bezahlt, die Anreise und so weiter und so fort. Das wird ganz cool. Und wir haben auch noch signierte Trikots. Also dafür einfach die Show verfolgen. Ihr braucht nichts in den Chat schreiben. Einfach zugucken. Und dann freue ich mich auf eine sehr, sehr schöne Show mit euch. Checkt uns sehr gerne noch bei Instagram und auf YouTube ab. Bei Instagram kriegt ihr natürlich auch immer die Updates. Wie auch auf Twitter, wann die nächste Show stattfindet. Wer die Gäste sind. Und wann man dann auch die Tickets erhalten kann. Die gehen ja immer relativ schnell weg. Habe ich hier gesehen. Freunde, es wird eine hoffentlich sehr, sehr schöne Show. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Sondern habe wieder wunderschöne Gäste mit dabei. Ja, ihr seht's. Dankeschön. Wow. Beim ersten Mal direkt. Dankeschön. Ihr seht, die Couch ist voll. Und auch der ein oder andere Sessel. Ich möchte euch unsere heutigen Gäste vorstellen. Den ersten, den kennt ihr schon. Er ist bei Culture Berlin unterwegs. Hat Adam Lozsäck schon den Ballon d'Or überreicht. Habe ich mir sagen lassen. Und deshalb einen großen Applaus bitte für Christoph Kröger. Unser nächster Gast ist Video- und Performance-Analyst in der ersten Liga Dänemarks. Und auf Twitter bekannt als Gegenpressing91. Sehr viel Expertise bringt er mit. Bitte einen großen Applaus für Marius Fischer. In der Bundesliga hat er Augsburg und Schalke als Cheftrainer trainiert. Betreibt mittlerweile seinen eigenen Blog Tiefenlauf. Einen großen Applaus bitte für Manuel Baum. Unser nächster Gast ist Sportjournalist. Ebenfalls sehr viel Expertise bringt er hier mit in die Runde. Gestaltet das FIFA-Video-Format Living Football. Bitte auch einen großen Applaus für Sven Frohberg. Und jetzt müsst ihr wirklich einen riesigen Applaus da lassen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Normalerweise haben wir hier immer einen Profi mit dabei. Robin Knoche musste leider kurzfristig absagen. Und wir haben hier jemanden in der Runde sitzen, den ihr alle sehr gut kennt. Er macht den Adbrowski-Hatrick voll. Ist heute ganz spontan um 15 Uhr noch eingesprungen. Hat dafür alles stehen und liegen gelassen. Also jetzt muss die Hütte brennen. Bitte einen großen Applaus für den Twitter-Account des Jahres. Niklas Levison. Niklas, geht es dir gut? Mir geht es gut, ja. Ich wünschte, ich könnte auch sonst mit Robin Knoche tauschen. Und nicht nur heute hier. Aber man kann nicht alles haben. Ich muss mich entschuldigen. Normalerweise hat ja der Profi immer so ein Special-Walk-In. Den haben wir jetzt für dich rausgeschnitten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist okay. Das ist, glaube ich, auch besser so. Vielleicht Kröge in den nächsten Mal geben. Nee, nee. Ich hätte es aber auch gerne gesehen. Ich glaube, das hätten wir alle sehr gerne gesehen. Wir wollen natürlich heute wieder ein bisschen über Fußball sprechen. Alleine in der Bundesliga ist sehr, sehr viel passiert. Und dafür haben wir natürlich hier viele Gäste dabei. Unter anderem Manuel, du warst Trainer in der Fußball-Bundesliga. Und erzähl uns ein bisschen was. Du hast mittlerweile deinen eigenen Blog auf Social Media gestartet. Wir haben gerade kurz ein bisschen gesprochen. Bist du der erste Social-Media-Trainer? Kann man das sagen? Ich glaube, jeder kennt den Begriff Laptop-Trainer. Jetzt gibt es einen TikTok-Trainer. Der sitzt jetzt gerade hier. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das mittlerweile macht. Und der Anstoß war ja, dass das ganze Thema bei den Spielern extrem präsent ist. Und ich glaube immer als Trainer ist es wichtig, nicht nur irgendwie das teilweise zu verteufeln, was da passiert, sondern einmal Erkenntnis davon zu bekommen. Weil ich glaube, es ist gar nicht schlecht, meinem Spieler vielleicht zu sagen, hey, dein Hook ist scheiße. Und vielleicht könntest du dieses und jenes mal anders machen und dich mit den Themen einmal auseinandersetzt, was für dich halt auch wichtig ist. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit der ganzen Materie? Fühlst du dich wohl auf Social Media? Ja, absolut. Also mir macht das richtig Spaß vor allem. Was für mich total spannend ist, welches Wissen in so einer Community eigentlich da ist über Fußball. Und wenn man, sagen wir mal, über Fußball redet und dann ein bisschen Feedback kriegt, beziehungsweise sein Wissen teilt und was zurückbekommt, dann kommen ganz interessante Sachen raus. Jetzt zum Beispiel, das letzte Mal hat mich einer gefragt, ob ich nicht mehr was machen könnte. Wie wird man denn als Bundesliga-Trainer entlassen? Wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das ein bisschen zu erzählen, weil es ja vielleicht für die Leute auch spannend ist. Und vor allem, man kann ja direkt mit Leuten in Austausch kommen, die man sonst eigentlich nicht sieht oder halt nur im Stadion oder die halt nur mit dem Fernsehen irgendwie mit einem in Berührung kommen. Ja, schön, dass du heute hier bist. Wir wollen ganz kurz einmal reingucken. Wir haben einen kleinen Clip vorbereitet, für die, die noch nicht wissen, was Manuel da macht. Was war auffällig bei der Hertha, die im letzten Spiel 4 zu 1 gewonnen haben gegen Gladbach? Was war der große Unterschied im Vergleich zum Spiel gegen Frankfurt? Die Systemumstellung gegen Frankfurt noch 0 zu 3 verloren, mit einer 4er-Kette im Spiel gegen Gladbach mit einer 5er-Kette aufgelaufen. Solltet ihr noch mehr Informationen zu diesem Spiel haben wollen, dann holt euch den One-Pager auf tiefenlauf.de. Einmal einen Applaus dafür, sehr, sehr stark, ja. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, du gibst da einfach so ein bisschen taktisches Wissen weiter, analysierst die Spiele im Vorhinein oder im Nachhinein, richtig? Ja, man muss dazu ja auch wissen, ich mache jetzt mittlerweile seit 2012, also alles, was ihr bei Sky seht im Fernsehen, die ganzen Analysen, was da kommt, die kommen von meinen Leuten, also von meiner Kompanie. Das heißt, wir haben da schon relativ viel Erfahrung. Und jetzt war halt einfach das Thema noch, wie kriegen wir das einfach noch verbreitert? Weil ich glaube, es zahlt halt auch auf zwei wichtige Sachen ein. Zum einen denke ich, wenn man das mal von unserer Seite hört, dass einfach das Wissen bei den Leuten einfach mehr wird. Und mich hat das schon immer gestört, dass man dann Spieler beurteilt oder Trainer beurteilt, total an der Oberfläche. Und ich glaube, wenn wir das miteinander irgendwie hinkriegen, ein bisschen mehr Wissen in den Fußball reinzukriegen oder an die Leute, dann fällt halt das einfacher mal zu bewerten, ja, warum ist eine Fünferkette gut? Warum eine Viererkette? Warum macht der Trainer A das? Was bedeutet Dominanz? Was steckt denn da dahinter? Und ich glaube, das hilft uns allen einfach, den Sport ein bisschen besser zu verstehen und miteinander drüber zu reden. Marius, du bist ja auf Twitter auch sehr viel unterwegs und gehst ja auch sehr analytisch ins Detail. Ich wollte generell mal bei euch in die Runde fragen. Jetzt haben wir ja hier wirklich geballte Fußballfachkompetenz sitzen. Könnt ihr eigentlich so Spiele noch entspannt schauen oder fängt das Gehirn dann immer an zu arbeiten? Schwierig. Ich werde es oft gefragt. Also tatsächlich, es geht noch. Aber ich kenne auch viele Kollegen, wo es nicht mehr geht, die dann wirklich auch mal in der Kneipe kein Spiel mehr normal gucken können. Bei mir geht es noch, also am Wochenende City gegen Arsenal spielt. Dann kann ich mir auch noch das Spiel anschauen, auch mal ohne auf die Taktik zu schauen. Aber es wird seltener. Also ich muss schon versuchen, so ein bisschen beruflich, also die Spiele, die ich analysieren muss, die muss ich analysieren. Aber manchmal, wenn ich mir jetzt irgendein Spiel anschaue, weil ich Union gegen Schalke, wo es auch vielleicht nicht so viel zu analysieren gibt, da bin ich dann manchmal ganz froh. Ohne da jetzt einen Fass aufzumachen. Das kannst du gleich aufmachen. Wir werden darüber noch reden. Wie ist es bei dir, Sven? Kannst du das noch machen? Einfach mal zurücklehnen und ein bisschen Fußball schauen? Ja, total. Also ich war ja bis 2020 Mediendirektor beim VfL Wolfsburg noch zwei Jahre, bevor ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich gebe zu, wenn man dann auch eine Nähe zum Klub hat, ist es echt schwierig, den Fußball wirklich auch so zu lieben, wie man das vorher gemacht hat, weil man einfach den ganzen Tag damit befasst ist, natürlich dann speziell auch als Angestellter eines Klubs zu arbeiten. Aber jetzt muss ich sagen, seitdem gelingt mir das sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch aufgehört zu wetten. Also das macht mich auch mal völlig verrückt. Ohne Scheiß. Weil das macht mich kirre, weil ich mich dann jedes Mal ärgere, wenn dann doch noch in der 93. Minute das Tor fällt. Das finde ich ist so ein totaler Killer von entspannt Fußball gucken, weil du permanent schaust, ob dein Tipp eintrifft oder nicht. Insofern bin ich jetzt weit weg von dem Analysten-Dasein wie Manuel oder auch bei dir und muss sagen, ja, ich kann tatsächlich erst recht jetzt nach meiner Zeit beim VfL Wolfsburg wieder entspannt Fußball gucken. Habe jetzt auch vor der WM dann übrigens Richtung Katar das FIFA-Engagement auch beendet. Durfte während der WM Manuel bei Magenta TV kennenlernen. Bin also komplett tiefenentspannt, was das betrifft. Aktuell zumindest. Aktuell zumindest. Wer weiß. Also bei mir ist es so, wenn ich, also ich bin ein Lautern-Fan und paradoxerweise ist Lautern so die Mannschaft, wo ich, glaube ich, am wenigsten mich sicher fühlen würde, fundiert in Anführungszeichen drüber zu sprechen, weil ich es mir da rausnehme, weil ich da Fan von dem Verein bin. Einfach, also man nennt das, glaube ich, Ballwatching. Wenn du Fußball guckst und einfach nur mit dem Auge dem Ball folgst, aber den Rest ausblendest, dann nimmst du eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit. Aber ich nehme es mir raus, bei Lautern das zu machen, weil ich einfach mal auch Fußball gucken will auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt darauf achten, was passiert abseits des Balles, wer bewegt sich wohin, weil sonst ist es nicht mehr entspannt. Und ich finde, Fan sein, also ein Fan von einem Verein, muss auch nicht jedes Mal diesen ultra-analytischen Blick haben. Der soll sich auch rausnehmen dürfen, ein bisschen emotional drauf zu gucken, ein bisschen vereinfacht. Und es ist mir auch wichtig, das beim FCK machen zu können, weil ich finde auch, das wird ein Stück weit auch was kaputt machen, wenn man da genauso rangeht wie an den restlichen Teil, der letztendlich ja auch irgendwo Arbeit und Beruf ist. Und bei Union gegen Schalke musstest du analytisch ran? Ja, also ich muss halt sagen, das ist so ein Spiel gewesen, wo ich glaube, die Aufmerksamkeit spannen, die Menschen 2023 noch haben durch Social Media und was auch immer, die reichen nicht mehr aus, um sowas zu verfolgen. Also da passiert so wenig und es ist wirklich so zäh, dass es ganz, ganz schwierig ist, wo man teilweise dann plötzlich merkt, ich habe fünf Minuten was anderes gemacht und es fällt dir gar nicht auf, weil das Spiel an sich einem so wenig gibt. Rögi, bei dir, du bist ja Hamburg-Fan. Kannst du dir Hamburg... Aber geht auch eigentlich aktuell, oder? Nee, also tatsächlich geht es mir da ein bisschen anders, weil gerade beim HSV, vielleicht liegt es auch an Tim Walter, weil er wirklich auch immer wieder neue Dinge ausprobiert, dass ich da schon mit einer taktischen Brille drauf schaue. Wenn ich zum Beispiel Arsenal gegen Man City gucke, da kann ich eben halt auch nicht entspannt gucken, weil gerade bei denen ist das ja weh, Schachspielen eigentlich. Da verändert der eine was, dann kontert der andere und in der Halbzeit wird nochmal komplett umgestellt und so weiter. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, aber bei mir ist es ein bisschen andersrum, dass wenn ich weiß, dass ich über ein Spiel sprechen muss, dann achte ich auch drauf. Aber manchmal muss ich mich auch zwingen, darauf zu achten und irgendwelche taktischen Spielereien irgendwie zu entdecken. Und ja, bei dem angesprochenen Union-Schalke-Spiel bin ich legit eingeschlafen. Also es geht wohl auch entspannt. Also es ist jetzt noch nicht krankhaft. Dann super auf jeden Fall, dass du hier bist, weil wir werden heute natürlich auch über die Unioner reden. Das ist unser erstes Thema. Es geht um die Fußball-Bundessieger. Wir haben seit Einführung der Drei-Punkte-Regel das erste Mal drei Mannschaften auf Platz 1 bis 3 stehen mit der exakt gleichen Punktzahl. Das ist ein Novum. Haben wir einen Meisterschaftskampf in Deutschland? Darüber sprechen wir jetzt. Dortmund rückt durch den Erfolg gegen Hertha wieder auf Platz 2 hinter Bayern. Union lauert nach dem torlosen Unentschieden punktgleich dahinter. Die Wolfsburger müssen durch das deutliche 0 zu 3 gegen Leipzig wieder um Europa bangen, wenn Hoffenheim seit acht Spieltagen auf einen Sieg wartet und weiter im Abstiegskampf versinkt. In der Bundesliga ist einiges los. Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ja, die Unioner spielen 0 zu 0 gegen den FC Schalke 04. Ein anderes Ergebnis kann man auch, glaube ich, aktuell gar nicht gegen Schalke erzielen. Neuer Bundesliga-Rekord, viermal in Folge 0 zu 0. Wir wollen aber als erstes über die Unioner sprechen. Die hätten ja mit einem Sieg tatsächlich an den Bayern und dann eben auch an Borussia Dortmund vorbeiziehen können. Ist Union Berlin ein Meisterschaftskandidat für diese Saison? Ja. Sag es mal. Ich glaube, wir haben ein paar Union Berlin-Szenen hier. Alle gucken sich fragend an. Also, ich finde, mit Union Berlin ist mittlerweile ein Punkt erreicht. Für mich ist Union so ein bisschen wie die Sachen mit Gott. Das kannst du dir nicht irgendwie... Ja, warte mal ab. Du kannst es dir halt nicht... Du brauchst gar nicht versuchen, das dir statistisch herzuleiten oder irgendwie dann ein wissenschaftliches Fundament für zu finden, warum es so ist. Es ist einfach eine Frage von, glaubst du dran oder glaubst du nicht dran? Und mehr ist es nicht. Und wir sind jetzt 21 Spieltage tief. Die sind nach wie vor stabil, sind punktgleich mit Bayern und Dortmund. Und wenn man sich jetzt nicht den Luxus gönnen kann, daran zu glauben, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wann sonst. Das heißt nicht, dass es am Ende passiert. Aber ich finde, ein Punkt ist auf jeden Fall erreicht, wo man zumindest bis zum Wochenende, wo sie in München spielen und vielleicht 5-0 verlieren, bis dahin zumindest noch ein bisschen dran glauben sollte. Jetzt hat aber der Kommentator im Spiel gegen Schalke gesagt, ich habe es ja auch live gesehen, dass wahrscheinlich sogar Bayern München den Unionern besser liegt als so ein abgeschlagener Tabellen-18er. Also, ich kann verstehen, wo das herkommt, weil es meistens so ist, wenn Union einen Gegner vor sich hat, der selber nicht wahnsinnig viel mit Ball machen möchte, der nicht ins Risiko geht, der deswegen auch wenig Räume öffnet, um auch zum Beispiel hinter die Kette zu kommen mit Leuten wie Geraldo Becker, dass sie sich damit schwer tun, dass es verbrieft. Aber alleine, weil die individuelle Qualität der Bayern so brachial gut ist, glaube ich nicht, dass dieser Vergleich und diese Rechnung ganz aufgehen wird. Christoph, du sahst gerade so aus, als würdest du nicht so viel glauben. Naja, nee, ich glaube da ein bisschen weniger dran. Natürlich ist es möglich. Es ist möglich, dass eine Mannschaft über eine ganze Saison alle statistischen Erhebungen so outperformt, also so viel besser spielt, als man das erwartet, so viele Torchancen verwertet, die eigentlich kein Tor werden dürften oder so viele glückliche Spielergebnisse dann auch letztendlich liefert. Es ist nur sehr schwer, das über 34 Spieltage durchzuziehen. Und ich finde, wir haben bei Union schon auch immer mal wieder zwischendurch gesehen, wenn dann halt mal die paar vereinzelten Chancen, die geringen Chancen oder weniger wahrscheinlichen Chancen dann reingehen, dass dann halt auch so ein Spiel dann mal gegen den Tabellenletzten 0 zu 0 ausgeht. Aber gegen Union musst du halt auch erstmal treffen. Und wir haben es auch schon in der Fußballgeschichte gesehen, dass man mit so einer Performance, wie sie Union dieses Jahr in der Bundesliga hinlegt, auch eine ganze Saison irgendwie durchziehen kann. Ich nenne da immer Leicester City in der Premier League. Die haben auch wahnsinnig überperformt, aber halt eine ganze Saison. Und am Ende sind sie Meister geworden. Also ja, es ist möglich, aber ich glaube noch nicht dran. Ich sehe es ähnlich. Ich muss aber jetzt nochmal eine Lanze für Union brechen. Ich glaube, ich habe mir gestern mal so ein paar Werte angestellt. Es ist schon verrückt. Ich glaube, es gibt ja diese Seiten, wo man sich Expected Points angucken kann. Und Schalke ist die Mannschaft, die am meisten underperformt, auch wenn du es vielleicht nicht glauben würdest. Die sind, glaube ich, im Moment zehn Punkte schlechter, als sie laut Expected Goal sein müssten. Union ist 13 Punkte besser. Das heißt, wenn man das mal so 23 Punkte einfach mal in der Tabelle ausradiert, dann hat man vielleicht ein 0 zu 0 zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenletzten. Aber ich glaube, Union hat selten Spiele gehabt, wo sie total unterlegen waren und dann trotzdem gewonnen haben. Sie haben einfach sehr, sehr viele Spiele, wo sie ein bisschen unterlegen sind und gewinnen oder wo das Spiel auf Messers schneit ist und sie trotzdem gewinnen. Sie sind immer drin. Ich kann nämlich, ich glaube, Leverkusen haben sie mal hoch verloren. Gegen Breiburg haben sie hoch verloren. Aber ansonsten, man kann fast sogar über die letzten zwei Jahre sehen, wann hat Union mal wirklich richtig auf den Sack bekommen. Sie sind immer da, immer irgendwie dran und dann kannst du auch mal ein Spiel gewinnen. So ein Spiel wie gegen Schalke, hätte das Union gewonnen, hätte ja niemand gesagt, total glücklich, total unverdient. Es wäre ein Sieg, wo man wieder sagt, ja, Union, aber es ist ja nicht so, dass sie Spiele aus dem Nichts gewinnen. Sie gestalten die Spiele immer so, dass sie irgendwie immer dran sind. So mal geht es gut, dann gewinnen sie 2-0 oder 1-0 oder wie gegen Schalke geht es 0-0. Also das ist besonders. Ich glaube, das wird es auch in den nächsten Jahren in der Form nicht mehr geben, weil wie gesagt, es sind fast alle Daten, würde man denken, sie sind irgendwo im Tabellenmittelfeld. Aber, wie Krögi schon gesagt hat, Lester City hat es vorgemacht. Man kann es auf eine ganze Saison schaffen, dann würde der Bruch irgendwann in zwei Jahren kommen, aber ich glaube, das wäre ihnen ziemlich egal. Aber ich bin eher Team Nein. Ehrlicherweise, bevor Manuel, glaube ich, das Ganze jetzt auch aus der analytischen Brille mal analysiert, ob es möglich ist, würde ich ganz gerne kurz sagen wollen, dass es einfach, diese Momentaufnahme ist einfach grandios, weil wir einfach das Modell Freiburg, Fußballromantik jetzt nochmal erleben, in Form von Union Berlin mit möglicherweise dem halben Etat eines Kaders vom VfL Wolfsburg. Also deutlich jenseits von 60 Millionen. Und das finde ich erst mal eine unfassbar tolle Momentaufnahme. Ich glaube, es ist jetzt einfach zu früh, noch zu früh zu überlegen, ob die Meister werden können oder nicht. Aber auf jeden Fall sind wir uns eigentlich auf dem besten Champions League Kurs. Und dass das gelingt und dass das einfach im Jahr 2023 möglich ist, ist einfach fantastisch, dass die einfach über sich hinaus wachsen. Wir wissen, da sind Jungs, die haben vor kurzem noch in Sandhausen, Paderborn, Arnheim oder so gespielt. Spieler wie Michel, wo man wusste, das sind überdurchschnittlich gute Zweitligaspieler und die jetzt plötzlich um die Champions League spielen. Der Ex-Wolfsburger Robin Knoche, Abwehrchef, in Wolfsburg könnt ihr euch vorstellen, wird der eine oder andere jetzt nochmal eine Träne nachweinen. Das ist einfach gelungen. Da ist einfach dem Urs Fischer etwas gelungen, der scheinbar auch nochmal über sich hinaus wächst in einem Verein. Und das habe ich neulich gelesen vom Präsidenten Urs Zingler, in dem sogar der Koch versucht, jeden Samstag noch besser zu sein, als in der Woche davor. Und ich glaube, das ist einfach, davon werden die gerade getragen, deswegen finde ich Lester City sehr gut als Beispiel. Warum nicht? Das ist auch schon mal gelungen mit einem Underdog, der Meister wurde. Aber ich finde einfach, diese Momentaufnahme ist ein Geschenk für den Fußball. Ich finde das grandios, egal ob man ein Union-Fan ist oder nicht. Berlin ist ja eh ein bisschen leidgeplagt, muss man sagen, was den Spitzenfußball der letzten Jahre anbetrifft. Und ich finde es einfach großartig für den Fußball, für Menschen, die den Fußball lieben, dass das möglich ist. Ich finde das grandios. Und jetzt deine Analyse. Ist das möglich? Also zum einen mal so auf, ich steige jetzt mal so klassisch ein, mit dem man mich in der Regel verbindet, wenn ich jetzt sage Expected Goals, kann ich auch schon sagen, die Mannschaften, die mit zwei Stürmern spielen, die schießen in der Regel mehr Tore, haben eine bessere Torwahrscheinlichkeit, weil sie zwei Neuner sind. Also das ist für mich logisch, wie im Vergleich zu einem. Das sieht man bei Bremen ja auch. Wenn ich da den Expected Goals-Vergleich herziehe, um wie viel sie geschossen haben. Und das Zweite, für mich wird Union definitiv deutscher Meister, muss zwar nicht unbedingt eine Tabelle sein, wo es es werden ist, deutscher Meister in der Vereinsidentität. Und das sind jetzt Sachen, die nicht messbar sind. Und wir beschäftigen uns ganz früh mit messbaren Kriterien im Fußball. Aber es gibt so viele Sachen, die viel wichtiger sind teilweise, wie es ein Expected Goals wird oder sonst irgendwas. Also für mich wird Union Identitätsdeutscher Meister, der Verein mit der größten Identität. Sie schaffen es, mit einem Team, also mit einer Mannschaft immer aufzulaufen. Sie haben den besten Onboarding-Prozess, wo es überhaupt gibt in der Bundesliga, was neue Spieler angeht. Ich sage jetzt mal Trimmel oder wie sie alle heißen. Jeder neue Spieler wird nicht nur durch den Trainer und das Team integriert, sondern durch Mitspieler. Und ich glaube, dass Union durchaus eine Riesenchance hat, auch dieses Jahr Deutscher Meister zu werden, weil Bayern hat man das Gefühl, da zerfleischt man sich so ein bisschen selber, was jetzt den Team-Gedanken angeht. Und Dortmund ist noch jung und ist gerade am Wachsen. Also so unwahrscheinlich ist es nicht. Nur nochmal, schaut bitte bei Union nicht nur immer auf Statistiken, sondern auch auf die anderen Sachen, die aktuell vielleicht nicht messbar sind. Und da steht halt das Team extrem im Vordergrund. Und deswegen ist es gar nicht so unrealistisch, dass die vorne nicht nur als Identitätsdeutscher Meister stehen, sondern vielleicht tatsächlich auch als Fußball-Deutscher Meister. Du schaust gerade auf die Tabelle. Wir sehen sie hier eingeblendet. Bayern, Dortmund und Union, alle 43 Punkte. Die Unioner durch die Tordifferenz auf Platz 3, hätten wir gesagt sogar, vorbeiziehen können. Dann lass uns kurz einmal die Brücke zu den Schalkern schaffen. Warum schaust du mich jetzt das an? Ich glaube, hier sitzt nur ein Mann im Raum, der sie mal trainiert hat. Darum schaue ich dich an. Aber da gibt es sogar ein Trikot von Schalke, das ich in der 1. und 1. Ja, einmal die Hand heben. Ja. Entweder habe ich jetzt hier den Kameramann im Weg oder traut sich nicht. Ja doch, da, ne? Ja, hier. Ja, stark. Manuel, kann ich noch sagen, deine Schalker? Ja, natürlich. Also, wenn du als Trainer beim Verein gearbeitet hast, dann verbindet das eigentlich das ganze Leben lang, verbindet man sich irgendwo mit dem Verein. Und es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, das hat jetzt vielleicht nicht so funktioniert, wie sich es alle vorgestellt haben. Aber man lernt halt auch wirklich tolle Menschen da kennen. Und deswegen schaut man immer auf den Verein, weil es immer noch Leute gibt, die da arbeiten und mit denen man einfach was Positives verbindet. Und man muss da klar trennen zwischen, sagen wir mal, der Sache, wo du als Trainer dann tätig bist und dem, was halt einfach Spaß macht, den Fußball. Dann wollen wir die Romantik einmal komplett beiseite schaffen. Traust du es ihnen noch zu? Nach den vier Unentschieden jetzt in Folge? Na ja, da finde ich, muss man zwei Szenarien aufmachen. Also ein realistisches, und das ist, dass du unbedingt dich jetzt mit dem Thema zweiter Liga auseinandersetzen musst. Sollte der Abstieg kommen, der jetzt wirklich nicht unwahrscheinlich ist und auch statistisch, wenn wir schon draufkommen, mit der Anzahl an Punkten ist bisher jeder abgestiegen zu diesem Zeitpunkt in die zweite Liga. Deswegen musst du das machen. Klar könnten wir jetzt auch immer wieder das Romantische aufmachen und sagen, rechnerisch ist noch alles möglich. Aber ich glaube, man sollte eher die realistische Brille aufsetzen. Und die heißt, man muss sich mit der zweiten Liga beschäftigen. Aber was ich aktuell schon bei Schalke spannend finde, ich glaube, Reis und Schalke, eine hohe Authentizität, schwieriges Wort. Das heißt, die passen ganz gut zusammen. Und im Moment passt für mich einfach Leistung und Ergebnis bei ihnen nicht. Das heißt, sie spielen echt ganz ordentlich für den Tabellenplatz, wo sie sind, aber sie fahren halt die Punkte nicht ein. Viermal 0 zu 0, hinten halten es dicht und vorn treffen sie einfach die Tore nicht. Hat auch was mit der Qualität der Spieler zu tun. Am Ende des Tages nur noch mal realistisch ist, nächstes Jahr zweite Liga und wieder angreifen. Aufstieg. Hast du Angst, dass jetzt jemand klatscht hier im Raum? Dankeschön. Ja, super. Ja, ja, merke ich mir. Also wenn das jetzt Spieltag, wie viel Spiel hat Reis jetzt gemacht? 8, 9, 10 ungefähr? So was um den Dreh. In dem Dreh. Wenn das jetzt auch dementsprechend Spieltag 8, 9, 10 wäre und er wäre jetzt von Anfang an da gewesen, dann wäre das jetzt auch so ein Entwicklungsstand, wo ich sagen würde, der kann einen grundsätzlich auch positiv stimmen, weil du guckst auf eine Mannschaft, die eine defensive Stabilität gefunden hat, auf der man aufbauen kann. Was jetzt noch greifen müsste, ist so ein bisschen mehr ein paar Offensivmechanismen. Das ist auch eine Frage von individueller Qualität, die in meinen Augen, glaube ich, leider auf vielen Positionen fehlt. Aber es wäre etwas, auf dem du aufbauen könntest, wenn es nicht der 21. Spieltag wäre. Und mit der Stabilität, die Schalke jetzt gerade hat, bin ich auch überzeugt davon, wenn das auf 21 Spieltage gesehen gewesen wäre, wäre irgendwo auch mal ein 1-0-Sieg vom Laster gefallen oder zwei oder drei. Und dann hättest du auch in der Summe jetzt vielleicht fünf, sechs Punkte mehr, als du gerade hast und wäre es auch mittendrin. Aber für den Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, fühlt es sich einfach für meine Augen ganz gut an, dass es nochmal was passiert, dass es in eine positive Richtung geht. Es ist nicht so diese Selbstaufgabe, so ein bisschen wie es auch gefühlt war beim ersten Abstieg, wo es einfach wenig bis keine Hoffnung gab zu keinem wirklichen Zeitpunkt. Aber ich glaube, es kommt einfach zu spät. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Turnaround noch leistungstechnisch auf eine Art und Weise gelingt, dass diese Lücke tatsächlich so geschlossen wird, dass Schalke auch tatsächlich in der Liga bleibt. Wir haben auch gerade eine Abstimmung im Chat, wo einmal unsere Twitch-Zuschauer auch ihre Meinung kundtun können. Können wir gleich dann sehr gerne mal auswerten. Sven, glaubst du noch an die Schalker oder hältst du es auch für sehr unrealistisch, dass sie bleiben? Ja, also ehrlicherweise sind es ja auch nur sechs Punkte. Also ich finde, wenn wir jetzt vielleicht am 27. oder 28. Spieltag wären und hätten so eine Situation, die hätten also weitere Punkte gesammelt, glaube ich, ist das immer noch eine Situation, in der du die Klasse halten kannst. Nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig ist scheinbar irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, ob es auch taktisch nochmal war, ob Thomas da Dinge verändert hat, aber es fällt auf jeden Fall die Stabilität auf und ich würde es überhaupt noch nicht abschreiben. Ich gebe aber zu, wahrscheinlich fehlen jetzt einfach nochmal sechs, sieben, acht Spiele, um die Klasse zu halten. Aber nochmal, es sind nur sechs Punkte. Hoffenheim hat große Probleme. Bei dir scheint Stuttgart stabil zu bekommen. Augsburg ist zu weit weg. Insofern kannst du dich schon noch an zwei, drei Vereinen orientieren und ich würde sagen, jetzt lass uns nochmal drei Spiele abwarten. Mit 0 zu 0 kommst du natürlich nicht weiter über die nächsten Wochen, ist klar. Aber diese Stabilität und dass da tatsächlich nach einem 1 zu 6 nochmal richtig was passiert ist, ist bemerkenswert, spricht für die Qualität von Thomas Reis und möglicherweise doch einer gewissen Qualität im Kader. Aber wahrscheinlich, tut mir leid, schlechte Nachricht für Reihe 1, es ist wahrscheinlich zu spät in der Saison mit nur noch 13 Spielen. Aber nochmal, es sind auch nur sechs Punkte. Schauen wir mal. 13 Spiele sind ja eigentlich noch voll viel. Also kann man ja noch mehr als genug Punkte holen. Was ich mich nur gerade gefragt habe, weil ich habe eigentlich auch ein gutes Gefühl, so wie Niklas ja auch gerade schon beschrieben hat, eigentlich hat man ja ein ganz gutes Gefühl. Also du hast ja auch 0 zu 0 gegen Mannschaften gespielt, wo man mit einem Punkt absolut in Ordnung sein könnte oder zufrieden sein könnte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wen seht ihr aktuell als Abstiegsgefährdeter als Schalke? Also wen sollen die noch einholen? Du hast gerade die Mannschaften angesprochen. Also Stuttgart vielleicht auf dem richtigen Weg, klar, Hoffenheim hat Probleme, aber die haben auch extrem viel Qualität und da war der Trainerwechsel ja erst, also der ist noch nicht so lange her, da könnte auch noch eine Entwicklung stattfinden. Bochum war in letzter Zeit gut drauf. Hertha hat, wie Manuel es ja auch angesprochen hat, auf seinem Blog umgestellt und seitdem läuft es besser. Ich finde auch gegen Dortmund hat man vor allem in der zweiten Halbzeit eine gute Figur gemacht und das hätte auch anders ausgehen können, das Spiel. ist halt die Frage, wer ist noch schlechter als Schalke? Weil um nicht abzusteigen, musst du schon mal zwei hinter dir lassen und das sehe ich so ein bisschen als Problem aktuell. Wer ist noch schlechter? Ich glaube, das nächste Spiel wird entscheiden, weil wir wissen alle, wie das ist. Du spielst viermal 0-0, verlierst du das nächste Spiel, dann reden wir über wie viele Spiele ohne Sieg. Zehn, elf, zwölf gewinnst du es. Dann reden wir über fünf Spiele ohne Niederlage, über einen sehr, sehr guten Run. Wir waren bei uns mal in einer ähnlichen Situation, haben drei, viermal unentschieden gespielt und dann kam dieses Spiel. Gewinnst du es, dann redet jeder davon. Ungeschlagen, die haben einen Lauf, verlierst du es, dann bist du auf einmal so in einem Negativstrudel und ja, ich sehe es da ähnlich wie Sven. Ich glaube, die sind noch nicht weg. Sechs Punkte ist nicht viel. Ich erinnere mich da an Situationen, die waren deutlich schlechter, wie Christian Titz beim HSV übernommen hat. Deutlich schlechtere Ausgangssituationen. Auf einmal haben sie angefangen, Fußball zu spielen und hätten es fast noch geschafft und Grügge sagt, 13 Spiele sind 39 Punkte. Aber ich sehe auch wenig Vereine, wenn ich darüber nachdenke, wer ist wirklich schlechter. Bochum, ja, vielleicht. Augsburg macht einen super Job, über die wird viel zu wenig gesprochen, finde ich, weil eben Union, Freiburg so überperformen und dann hast du unten ein paar Teams, aber Augsburg spielt eine super Saison. Ich glaube nicht, dass sie nochmal unten reinkommen. Die Hertha, Stuttgart, ich sehe es auch, sie haben zu viel Qualität, Hoffenheim und dann, ja, ich glaube, es wird eng, aber am Ende werden sie, glaube ich, runtergehen, ohne da jetzt die Hoffnung zu sehr zu nehmen. Manuel, macht Augsburg wieder die klassische Augsburg-Saison? Also irgendwo 14, 15? Ja, wir haben ja gerade, oder ich habe vorhin schon mal über das Wort Identität gesprochen und ich finde, Augsburg hat seit dieser Saison nach der Niederlage gegen Hertha in der Hinrunde wirklich wieder zu der Identität gefunden und früher hat man ja zu uns immer gesagt, wo ich ja dort war, man hat es gehasst, nach Augsburg zu fahren und überhaupt gegen uns zu spielen, weil wir wirklich eklig gespielt haben und eklig bedeutet, die verfolgen ja mehr oder weniger auf dem ganzen Platz immer den kompletten Kader des Gegners, also fast 10 gegen 10 und versuchen halt in die Zweikämpfe reinzukommen, versuchen auch mal mit einem Stilmittel, wo man vielleicht nicht zwingend mit einem schönen Fußball verbindet, mit langen Bällen zu arbeiten, mit zweiten Bällen zu arbeiten, mit Standardsituationen auch teilweise zu arbeiten, insofern passt das, was Augsburg gerade spielt, zur Identität des Vereins, insofern, die werden definitiv stand jetzt eher nach oben wandern, wie jetzt nach unten, nur nochmal, ich vergleiche das immer als Bild so mit, du stehst jetzt gerade am Spieltag, welcher sind wir? 20 dann, oder? 21. 21, danke, und schaust so hoch auf den Berg zum Gipfel, 34. Spieltag und ich glaube, wer schon mal eine Bergwanderung gemacht hat, die ein bisschen länger gedauert hat, da kann dann mal ein Schneefall kommen, da kann mal irgendein Wind kommen, da kann irgendwas passieren, das Schöne ist, wir reden jetzt ja über den 34. Spieltag und wissen überhaupt nicht, was noch alles passieren kann, es kann definitiv was passieren, aber Stand jetzt, jetzt nochmal auf Schalke, die werden es schwer, schwierig haben, und Augsburg Stand jetzt wird eher nach oben wie nach unten wandern. Jetzt muss ich euch nur eine kleine Prognose rauslocken, wenn ihr zwei direkte Absteiger benennen müsstet, welche wären das aktuell für euch? Also ich habe ja den Hot Take vor der Rückrunde aufgestellt, dass Schalke es noch zumindest in die Relegation schafft, Danke. Ja, aber das, ja, doch nicht das. Also du hast gerade die Rechnung mit den, wie viele Punkte kann man in den 13 Spielen noch holen, ich würde bei Schalke eher halt mit 13 Punkten dann rechnen, aber, also Stand jetzt muss ich leider sagen, Schalke geht runter, Bochums Run finde ich beeindruckend, aber, also die Kaderqualität könnte auch nochmal in diesen 13 Spielen dann irgendwie auch zurückschlagen, die nicht, oder die geringe, also ich würde trotzdem sagen, Bochum Schalke. Marius? Auch, aber Schalke 17, Bochum 18. Oh. Manuel? Schalke Bochum. Ich schließe mich den Vorrednern ehrlicherweise an, ich habe jetzt keiner härter hier, hier als härter Optimisten. Komm Niklas, mach was Verrücktes jetzt. Härter? Nee, nee, Schalke und Hoffenheim. Uh. Uh. Also ich glaube, Bochum wird nach wie vor chronisch unterschätzt, die haben unter Thomas Lecce schon fünf Spiele schon zu Hause gewonnen, das Stadion entfaltet eine unheimliche Energie, da gibt es einen guten Matchplan, die Spieler, das Spielermaterial ist da, um den umzusetzen, das schnelle Umschalten, beant wie Ajay, über Holtmann, mit Hofmann auch ein Zielspieler vorne drin, der mal für lange Bälle angespielt werden kann, um für Entlastung zu sorgen, Bälle festmacht. Also ich glaube, Bochum in der aktuellen Konstellation mit der Mannschaft, mit dem Matchplan, die werden auch ihre drei, vier Heimspiele gewinnen und das kann dann am Ende auch schon reichen. Hoffenheim sehe ich sehr, sehr wenig, Trainereffekt in zwei Spielen nicht ansatzweise zu erkennen gewesen. Klar, die Kaderqualität ist da, aber es ist in meinen Augen gleichzeitig auch ein riesen Vakuum da an Führungsqualität, an Persönlichkeiten in dieser Mannschaft. Deswegen, ich habe eine Resthoffnung, dass es dieses Jahr tatsächlich die TSG erwischen könnte. Und das, obwohl Dolberg dahin gewechselt ist. Und das, obwohl Dolberg dahin gewechselt ist. Ja gut, die setzen ja nicht so ein, wie ich möchte, von daher. Delaney auch noch nicht so eine große Hilfe? Nee, also eher fast im Gegenteil. Also ist leider, ja, ich muss es so hart sagen, wie es ist, aber der kommt ja auch aus einem langen, langen Formtief, hat ja auch aus Sevilla jetzt, es gab ja Gründe dafür, dass er dort nicht zum Zug kam und leider hat jetzt der Umfeldwechsel bisher noch nicht geholfen, um aus diesem Negativtrott rauszukommen bei ihm. Dann lass uns gerne als nächstes in der Tabelle wieder ein bisschen weiter nach oben schauen. Wir wollen zum aktuellen Zweitplatzierten der Bundesliga-Tabelle gehen, Borussia Dortmund, 2023 scheint deren Jahr zu sein. Bis jetzt jedes Spiel gewonnen, auch in der Champions League läuft es gut. Die Hertha hat man 4 zu 1 besiegt. Vielleicht das ein ernstzunehmender Meisterschaftskandidat? Wenn man auf die Tabelle guckt, auf jeden Fall und für mich halt auch, ob der Kaderqualität auch noch ernstzunehmenderen als Union Berlin, die ich überhaupt nicht irgendwie, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber wenn wir wirklich auf die nächsten 13 Spieltage gucken und den Run, den Dortmund gerade hinlegt, dann sind sie absolut ein ernstzunehmender Kandidat, natürlich, also dieser Run kann auch weitergehen. Man gewinnt auch das ein oder andere Spiel ein bisschen glücklich, was das auch in eine andere Richtung gehen könnte und vielleicht dann auch in den nächsten Spielen, ich weiß nicht, ob es so weitergehen wird, aber wenn die Bayern sich halt, wie hier auch schon angesprochen wurde, sich so ein bisschen selber auffressen, glaube ich, ein größerer Herausforderer oder ein realistischerer, realistischerer, herausforderer als Union Berlin für mich. Edin Terzic ist ja auch lange kritisiert worden, scheint so ein bisschen sich selbst vielleicht auch gerettet zu haben, da gab es ja auch schon sehr negative Stimmen. Also ich finde, er ist, vom Gefühl her so ein bisschen so ein Momentum-Trainer fast schon, weil so war es in der Saison, als die Pokalsieger wurden auch, dass der Start ein bisschen holprig war und dann ist fast dasselbe passiert, was jetzt passiert ist. Die Mannschaft gewinnt erst Spiele, die sie in Anführungszeichen nicht gewinnen sollte, also gewinnt, aber spielt nicht gut und über das kontinuierliche Gewinnen wächst das Selbstvertrauen, wächst das Selbstverständnis und dann fängt in so einem schleichenden Prozess das gute Spielen auch noch an und dann irgendwann sind wir an einem Punkt, da sind wir jetzt gerade, wo sie zumindest in den weiten Teilen gut spielen und tatsächlich auch noch gewinnen und wo ich glaube, wo Edin Terzic, glaube ich, Stärken hat, ist so ein Momentum am Leben zu halten, so ein Feuer zu entfachen und dann dem Kader auch so eine Energie zu geben und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist wirklich, die Sache an sich war sehr tragisch und es ist super, dass er jetzt zurück auf dem Platz ist, aber diese Geschichte rund um Sebastian Haller, ich glaube, das ist so ein Sonderfall, der auch mit seiner Rückkehr, wenn man sieht, wie die Mannschaft ihn feiert und sich da mit ihm freut, der auch einen Geist entwickeln kann und einen Geist hervorrufen kann in einem Team, der nochmal besonders ist und der dann vielleicht auch für eine Saison mal so richtig tragen kann auf eine Art und Weise, wie du es normalerweise sonst nicht hast. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Faktor war, auch absolut, das war beeindruckend und wie er auch wieder zurückgefunden hat, ich glaube, gibt der Mannschaft ganz viel, auch diese Erfolgsgeschichte, oder eine Krankheit zu besiegen und wieder zurückzukommen. Ich habe die tatsächlich in Wolfsburg im Herbst sehen können, in der englischen Woche und es kaum für möglich zu halten, Wolfsburg war haushoch überlegen, Dortmund war extrem blutleer und jetzt, also wie gesagt, kaum für möglich zu halten, was in einer Saison passieren kann und ich hätte niemals vermutet, dass der Terzic die Mannschaft wieder in so eine Verfassung bringt, dass sie es schaffen, sich jetzt noch mal so ins Meisterrennen zurückzubringen, hätte ich niemals für möglich gehalten. Das ist eben bemerkenswert, was da passiert. Es ist jetzt schade mit Adeyemi natürlich, das ist für die nächsten Wochen sicherlich auch ein bitterer Ausfall. Hat einen sehr guten Lauf gehabt jetzt. Bitte? Hat einen sehr guten Lauf gehabt jetzt. Hat einen extrem guten Lauf gehabt. Gucken jetzt mal, der Reus-Faktor am Wochenende ist natürlich auch extrem wichtig, dass Marco Reus wieder zurückkommt, aber die Leidenschaft jetzt in der Champions League, die wir wieder gesehen haben, ich hätte das nicht für möglich gehalten und das zeigt, dass da auch da wieder ganz viel passiert ist, dass man immer eine Saison ganzheitlich betrachten muss oder dass es immer wieder ein Momentum gibt oder Entwicklungen in einer Mannschaft gibt, die dich plötzlich wieder in eine ganz andere Region bringen können, dass es in Dortmund passiert. Manuel, du schaust ja auch immer so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, analytisch auf die Spiele. Was macht Terzic, was macht Borussia Dortmund im Kalenderjahr 2023 besser? Sie sind zwar platt gesagt, aber sie gewinnen jetzt die Spiele. Nur, wenn man genau drauf schaut, ich sehe es ein bisschen kritischer. Ich sage, super, dass sie da oben sind, aber sie lassen in der Defensive aus meiner Sicht viel zu viel zu. Sie haben im Moment einen riesengroßen Vorteil, weil sie einen überragenden Torwart im Tor haben, mit Kobel. Man hat das jetzt gegen Hertha gesehen, man hat es gegen Leverkusen gesehen, man hat es gegen Chelsea gesehen, dass sie einfach in der Defensive noch nicht diese Stabilität haben. Nach vorne macht es den Eindruck, dass es ein gewisses Selbstverständnis jetzt gibt, dass sie sich auch mal durchzocken, aber jetzt muss ich trotzdem den Bogen noch ein bisschen zur Union spannen. Für mich gibt es drei Kategorien an Spielern, die ich immer hernehme, um eine Mannschaft einzuteilen. Das sind Führungsspieler, das sind Teamspieler und das sind Individualisten. Wenn ich jetzt die Dortmunder Mannschaft einteilen würde in diese drei Kategorien, wäre fast ein Bereich komplett leer und der ist maßgeblich dafür verantwortlich, um tatsächlich am Ende oben zu stehen und zwar ist der Bereich Führungsspieler. Sie haben sehr viele Individualisten drin, Sie haben sehr viele Teamspieler drin, aber Führungsspieler, Fragezeichen. Und wenn bei so jungen Mannschaften irgendwann mal das Kopfkino losgeht, was wiederum heißt, jetzt haben wir auf einmal was zu verlieren. Die hatten nichts mehr zu verlieren jetzt. Dann kann es sein, dass die irgendwann mal nachlassen werden und damit rechne ich bei Dortmund. Die stabilste Mannschaft, nochmal was Führungsspieler angeht, sind aktuell die Unioner. Nicht Bayern? Nein, Neuer ist nicht mehr da. Die Neuer nicht mehr. Müller ist jetzt auch immer der, der gesetzt ist. Lewandowski ist weg. Ich habe gern immer als Trainer so eine Achse gehabt. Das hat sich für mich gedanklich immer so dargestellt, wie so eine Wirbelsäule, wo man aufrecht steht, vom Torwart über Innenverteidiger, Sechser und so weiter. Und wenn man in diese drei, wenn man die drei Mannschaften mal hernimmt und diese Spieler so glastert, dann denke ich, dass die homogenste Mannschaft die Unioner sind. Und Dortmund fehlt es einfach, weil sie noch sehr jung sind. Und nochmal defensiv müssen sie ein bisschen nachgehen. Hört da, kurz mal, wenn ich da einsteigen darf. Ich glaube schon, dass der BVB-Führungsspieler hat. Wir reden hier von Hummels, von Reus. Sie haben Emre Can meiner Meinung nach nur deswegen geholt. Andere Gründe wüsste ich jetzt nicht, warum man Emre Can verpflichten sollte. Aber ich glaube, dass was dieses Jahr das erste Mal anders ist, dass die Rollenverteilung beim BVB deutlich homogener ist. Ein Reus war immer, letztlich hast du an Reus halt alles gehangen. Wenn Reus nicht gespielt hat, hast du schon gewusst, okay, der BVB hat Probleme. Reus hat jetzt eine Rolle gefunden. Er ist immer noch Führungsspieler, glaube ich. Er spielt aber nicht mehr jedes Wochenende. Da muss ich ganz kurz reingräschen. Reus ist für mich kein Führungsspieler. Reus ist ein super Individualist. Den musst du laufen lassen, du musst ihn wirken lassen. Aber es ist jetzt keiner, der für mich als Trainer der klassische Führungsspieler ist. Also das ist ja nicht wertend, weil es ist ganz wichtig, dass eine ganze Mannschaft alles drei abbildet. Aber für mich ist er Individualist. Hummels wäre für mich ein klassischer Führungsspieler. Nur er muss ja dann erspielen. Ja, das weiß ich nicht, ob er spielen muss. Ich glaube, dass der BVB zu oft Spieler hat spielen lassen, die eben diese Rolle nicht ausführen konnten. Ich glaube, Hummels, Reus, genau diese Rolle, die sie jetzt haben, nicht jedes Spiel spielen. Ich meine, wenn wir jetzt den BVB anschauen und wir sehen, dass Hummels und Reus auf der Bank sitzen, ist das jetzt für mich kein großer Schock. Ich glaube, dass so ein bisschen jetzt Süle, Schlotterbeck, Hummels den Rang abgelaufen haben. Er hat immer noch seine Momente und hat ja am Wochenende auch ganz gut gespielt. Auch ein Reus. Wenn ich Reus jetzt nicht in der Startelf sehe, dann denke ich jetzt nicht, was ist los, sondern dann ist eben ein Bellingham, dann sind eben andere Kandidaten. Diese Mischung, dass eben die Rollen besser ausgefüllt sind und du hast eben momentan sehr viele Spieler in sehr, sehr guter Verfassung. Julian Brandt hat, glaube ich, noch nie so gut gespielt wie jetzt. Rafa Guero, endlich mal verletzungsfrei. Kobel momentan vielleicht der beste Torhüter der Bundesliga. Schlotterbeck, ich bin kein Fan von Schlotterbeck, wer meine sozialen Netzwerke verfolgt. Er spielt aber gut, muss man sagen. Er ist zweikampfstark, er spielt super Bälle nach vorne, hat immer mal einen Wackler drin und ich glaube diese, deswegen müssen wir Terzic da auch loben, das ist die Aufgabe des Trainers, die Spieler bestmöglich vorzubereiten und im Moment ist beim BVB fast jeder auf einem sehr, sehr guten Level. Eine kurze Zwischenfrage, diese Einteilung, Individualisten, Führungsspieler, Teamspieler, wo kommt die her? Also, weil ich habe die letztens zufälligerweise in einem alten Podcast mittlerweile schon genauso von Mehmet Scholl auch gehört, der auch gefragt wurde, also er auch meinte, für mich teilt sich die Mannschaft in drei Kategorien ein und es waren exakt diese drei, die du auch gerade genannt hast. Also ist es irgendwie Zufall, dass die gleich denkt oder geht die auf jemanden zurück, diese Einteilung, diese Idee? Nee, also bei mir gibt es dann sogar noch eine vierte Kategorie, die heißt Hoffnungsträger. Das würde jetzt darauf einzahlen, naja, jetzt so ein Bellingham, wo man sagt, das ist ein ganz junger Spieler und der kann sich entweder in Individualisten entwickeln oder halt in einem Führungsspieler. Also so ist Hoffnungsträger zu verstehen. Aber im Endeffekt ist ein bisschen Trainerheuristik, also Bauchgefühl mit dabei, wo man sagt, okay, welche drei Bereiche brauche ich in einem Team und das hat jetzt nichts nur mit einer Fußballmannschaft zu tun, sondern allgemein. Unser klassischer Teamspieler ist der, der, wenn ich als Trainer ihm was sage, dann macht er das. Der rennt die Linie rauf und runter und der Führungsspieler ist tatsächlich der, der halt auch im Spiel dann wirkt. Zum einen natürlich als verlängerter Arm des Trainers, aber was ganz wichtig ist in so Spielen, das hat man jetzt gestern bei den Interviews interessanterweise bei Dortmund gehört, am Ende, dass sie nach der Halbzeit die Gegenteile kriegen. Und der Führungsspieler macht dann eines im Spiel, dass der nach so einem negativen Impact, der ist ja mittlerweile in den Kopf der Dortmunder verankert, sonst würde ich das nicht die ganze Zeit sagen, der verpisst sich nicht in Anführungszeichen, sondern der will weiter den Ball, der will die Aktionen weiter übernehmen, der ist Leader auf dem Platz, der coacht die Spieler und so weiter. Und das ist ganz entscheidend, weil ein Spiel, ich weiß nicht, wer es vorher von euch gesagt hat, nicht stetig läuft. Ich glaube, du hast das vorher gesagt, sondern das variiert im Spiel die ganze Zeit. Und gerade am Ende, das ist meine größte Erfahrung als Trainer gewesen, so ab der 75. 80. Minute, könnt ihr mal draufschauen, wenn das Ergebnis in irgendeine Richtung geht, dreht sich das komplette Spiel, weil die Mannschaft, die hinten ist, die trauen sich auf einmal mehr zu, der Trainer verändert oft die Grundordnungen, bei Standardsituationen schickt er mehr Spieler rein und gerade wenn unvorhergesehene Sachen passieren, die du als Trainer vorher nicht planen konntest, dann brauchst du genau die Führungsspieler auf dem Platz, die dir dann halt einfach helfen. Aber ich finde, wenn ich da ganz kurz darauf eingehen darf, ich finde genau das unterscheidet den BVB diese Saison so ein bisschen vom BVB der Vergangenheit, dass sie dann eben solche Spiele auch mal gewinnen, weil zum Beispiel gegen Hertha, da kriegen sie das Gegentor und es hätte auch noch das 2-2 fallen können und am Ende schaffen sie es aber relativ deutlich, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und ich war gerade so ein bisschen verwundert, ja Bellingham ist halt noch sehr, sehr jung, aber für mich wäre es so ein Spieler, ob er jetzt ein Führungsspieler dann wirklich auch in der Kabine ist oder dieser klassische Führungsspieler sein kann, weiß ich nicht, aber auf dem Platz, finde ich, wirkt das für mich immer so, als wäre er der, der nochmal pushen kann, der die Spieler mitreißen kann, der so als emotional Leader irgendwie auch vorangehen kann, trotz des jungen Alters. Ist er auch, also überhaupt gar kein Thema, nur ich finde halt ein Führungsspieler ist er ein bisschen ganzheitlicher und nicht nur eben auf dem Platz, das ist er definitiv und das ist wirklich auch ein Spieler, der andere mitzieht. Also wenn Bellingham nicht drauf ist, finde ich, ist Dortmund definitiv etwas schwächer, aber entwickelt sich absolut in die Richtung. Nur man merkt halt mal, so wie es ich halt jetzt wieder als Trainer interpretieren, bei ein paar Aussagen, die er dann tätigt, beim Schiedsrichter war es einmal, ich weiß nicht, ob es in der Saison oder diese Saison war, das sind so Sachen, wo ihm so ein bisschen noch die Ruhe halt einfach, die Souveränität einfach abgeht. Aber er wird sich definitiv dahin entwickeln. Ich würde noch ehrlich was um zwei Spielertypen ergänzen, glaube ich. Als wir bei der WM zusammengearbeitet haben, waren wir vor dem Finale und da ging es darum, wer wird Weltmeister, Frankreich, Argentin. Und da hast du, glaube ich, gesagt, es kommt darauf an, wer mehr wir- oder ich-Spieler hat. Das ist nochmal eine Kategorisierung, wo du gesagt hast, Frankreich hat eben mehr diese Ich-Typen, diese Mbappes, also die vielleicht sich nicht so sehr in den Dienst der Mannschaft stellen wie Lionel Messi. Ist das nur auf die Nationalmannschaften bezogen gewesen oder finden wir diese Typen auch in den Klubs wieder und sind die auch nochmal ein Faktor für Meisterschaft oder nicht? Weil dann wäre das ja auch wieder eher vielleicht nochmal ein Argument für Union, die für uns gefühlt mehr wir, also die sich in das Mannschaftskonstrukt stellen, in das Team unterordnen. Wie ist das? Ja, absolut. Und da erzähle ich jetzt mal, es schade eh keiner zu, ein bisschen von Schalke. Und zwar die größte Herausforderung für mich bei Schalke war jetzt nicht zwingend, inhaltlich mit denen zu arbeiten, sondern, und da gibt es das nächste Cluster von mir, Haufengruppe Team. Also das Team ist eigentlich das Höchste, was du als Mannschaft haben kannst. Gemeinsames Ziel, gemeinsam gegen Widerstände ankämpfen und die gemeinschaftlich überwinden. Und deswegen ist das Team für mich ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du ein Haufen bist, ohne Ziel, lauter oder viele, die halt nur für sich das Ganze machen oder eben Gruppe, wo man sagt, okay, ich habe zwar ein gemeinsames Ziel, aber ich übernehme überhaupt keine Verantwortung, dann ist auch dieser Dreiklang ganz wichtig und ich messe, obwohl man es nicht so richtig messen kann, aber so von, wie eine Mannschaft sich verhält, auch extrem, wie weit ist die Mannschaft schon in dem Team, in der Festigung des Teams. Und das nochmal war für mich als Schalke eigentlich die größte, auch Schalke die größte Herausforderung. War Schalke ein Haufen? Bitte? War Schalke ein Haufen? Schalke war ein Haufen. Wir wollen natürlich bei Dortmund bleiben, aber jetzt muss ich kurz einmal eine Zwischenfrage stellen. Du hast gerade vom Spielertum Hoffnungsträger gesprochen. Hattest du Schalke damals einen Hoffnungsträger? Wer war es? Na ja, Trainer. Wir waren ja ein Paar in der Saison. Hoffnungsträger sind junge Spieler. Im Endeffekt, ich weiß nicht, Matthew Hoppy, ich weiß nicht, ob euch der noch irgendwas sagt. Der war ein Satz-Spieler, also in den ersten zwölf Spielen hat der, glaube ich, zwei von Anfang gemacht in der Regionalliga aus Schalke. Und das ist wirklich ein spannendes Muster, worauf ist zurückzuführen, ob ein Spieler Profi wird oder nicht. Das sind zwei hauptsächliche Faktoren. Einmal Zufall und einmal der richtige Trainer im richtigen Moment. Das sind die zwei Hauptfaktoren im Fußball. Und zufällig war halt ich da, habe vielleicht gerade was erkannt in dem Spieler und das war jetzt so ein Hoffnungsträger, der dann am Ende des Jahres für viel Geld verkauft wurde. Aber ansonsten, was halt Schalke dann schon abgegangen ist, finde ich, in den letzten Jahren, ist die gute Nachwuchsarbeit, die sie geleistet haben, dass da einfach die jungen Spieler wieder besser in den Profibereich integriert werden, weil es ist halt schon spannend zu sehen, wenn man sagt, man ist ein Malocher Verein, holt aber dann Spieler, die nicht für Malocher stehen. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird es halt schwierig am Ende des Tages. Und ich glaube, die Fans sind überhaupt nicht sauer, wenn das ein oder andere Spiel mal in die Binsen geht. Aber das, was die Mannschaft da unten auf dem Platz macht und den Eindruck habe ich jetzt gerade, dass das ganz gut zusammenpasst, dann ist es eben nicht so tragisch, das Ganze. Aber Hoffnungsträger, nochmal, waren jetzt nicht viel da, weil man keine jungen Spieler in der Breite gehabt hat. Ich sage erstmal, danke für den kurzen Schalke-Exkurs. Lass uns aber trotzdem nochmal zurück zu Borussia Dortmund. Macht Dortmund nicht eigentlich genau das, was du gerade sagst? Eben diese Hoffnungsträger und Führungsspieler zu kombinieren, zusammen, wir haben darüber gesprochen, homogene Truppe zu verwandeln? Ich meine, meine plumpe Frage jetzt, warum kann Jude Bellingham kein Führungsspieler sein? Verkörpert er nicht genau das auf dem Platz? Nein, für mich hat, aber das ist rein, ich sage immer, jeder glaubt, seine Wirklichkeit ist die wirkliche Wirklichkeit. In meiner Wirklichkeit spielt wirklich Erfahrung auch noch eine Rolle. Natürlich kann man jetzt andere Faktoren schon aufzählen, die ihn auch jetzt schon zum Führungsspieler machen könnte. Eben einfach, wie er Fußball spielt auf dem Platz. Ich kann in die Kabine nicht reinschauen, weiß ich nicht, aber das ist halt nur mein Thema. Was Dortmund herausragend macht, ist tatsächlich, Spieler zu entwickeln. Nur, man darf auch nicht vergessen, aktuell gibt es in Deutschland nur einen einzigen Verein, der nicht ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Verkaufsverein ist. Das sind die Bayern. Und da kannst du auch wirklich über längeren Zeitraum was aufbauen, weil halt Bayern aktuell der Verein ist, da wechseln in der Regen wenig Spieler weg. Dortmund hat heute die Herausforderung, wenn die eben so gut scouten und so gut junge Spieler, mit jungen Spielern arbeiten, Bellingham, ich weiß nicht, wo der Nächste wieder sein wird. Aber spielt das genau für die Situation jetzt eigentlich eine Rolle? Weil ich meine, wir schauen nach 21 Spieltagen auf die Tabelle, sehen Dortmund steht da mit 43 Punkten, die haben 2022 gegen Ende des Jahres Probleme gehabt, haben jetzt glaube ich acht Siege am Stück. Ich versuche einfach mal in die Runde reinzufragen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil es sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Dortmund hat einen extrem starken Run. Nagelsmann scheint bei den Bayern zumindest nicht mehr ganz so unumstritten zu sein wie früher. Da gibt es ja auch schon so ein paar Nebengeräusche. Wir haben über Manuel Neuer, über Thomas Müller gesprochen. Warum nicht dieses Jahr? Weil ob dann ein Jude Bellingham am Ende des Jahres den Verein verlässt, ob ein Beino Gittens ins Bayern weg ist, das spielt ja im Hier und Jetzt eigentlich keine Rolle. Ne, und es ist ja auch schon so, wenn man auf den Herbstmeister schaut, ich glaube, die Bayern-Herbstmeisterschaft mit 36 Punkten war die schlechteste seit über zehn Jahren. Also das ist gerade von der reinen Menge an Punkten, die Bayern holt, so schlecht waren sie lange nicht mehr und sie wirken auch angreifbar. Was das Thema Jude Bellingham angeht, im Grundsatz gehe ich mit, dass Erfahrung ein wichtiger Faktor ist und das ist im Regelfall der Fall und ein 19-Jähriger hat immer noch viel zu lernen und ist im Regelfall nicht so weit wie ein 25-Jähriger, aber ich finde, man muss auch Platz haben für Ausnahmen und Jude Bellingham ist für mich eine absolute Ausnahme, weil das ist ein Junge, kann man fast noch sagen, der so weit seinem Alter vorausscheint in seiner Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie er Verantwortung annimmt. Ich finde auch ganz bemerkenswert, hat man jetzt auch gesehen, als Marco Reus den Freistoß reingemacht hat. Können wir uns übrigens gleich nochmal angucken, wir schauen auch gleich nochmal in die Highlights rein. Ja, wie Jude Bellingham Marco Reus auch feiert, weil Jude Bellingham hat ja auch jetzt öfters die Kapitänsbinde getragen in Abwesenheit von Marco Reus und es ist ja auch so ein Thema, was schon mal besprochen wurde, wenn Jude Bellingham bleiben sollte, wenn man dazu bringen möchte, ein Jahr zu bleiben, spielt dann die Kapitänsbinde da auch mit rein, aber ich finde, er geht unheimlich respektvoll damit um, dass Marco Reus der Kapitän ist und ich habe das Gefühl, dass Jude Bellingham auch zu Marco Reus auf irgendeine Art und Weise aufsieht und das auch auf dem Platz lebt und für mich ist dieser Junge eben kein 19-Jähriger, sondern von seinem Profil her und von seiner Persönlichkeit her ist das jemand, wo ich sagen würde, das Alter ist fast egal, weil der strahlt etwas auch auf dem Platz, das ist für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung und das gibt es nicht so wahnsinnig oft im Fußball. Würde da gerne einhaken, weil ich finde es ein interessantes Thema mit diesen Führungsspielern. Wir hatten jetzt, wir waren im Trainingslager gewesen, kurzer Exkurs in Alicante in Spanien, hatten eine Mentaltrainerin, die hat so ein bisschen dieses Persönlichkeitsprofil, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, diese roten, blauen, grünen Typen und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, die Führungsspieler bei uns in der Mannschaft sind eigentlich gar nicht die, die so eine dominante Persönlichkeit haben. Das heißt, es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, ich kann Führungsspieler auf drei Arten meiner Meinung nach sein. Entweder Erfahrung, das heißt, ich bin eigentlich kein Führungsspieler, aber weil ich schon 20 Jahre in der Champions League jedes Wochenende spiele oder unter der Woche, bin ich ein Führungsspieler. Ich kann durch meine Leistung ein Führungsspieler sein. Bellingham trifft das komplett zu. Brandt, Julian Brandt in den letzten fünf Jahren, wie soll er Führungsspieler sein, wenn er so spielt, so wie er jetzt spielt, ist er für mich auch ein Führungsspieler und ich kann ein Führungsspieler sein, einfach durch meinen Charakter, durch meine Persönlichkeit, wenn ich einen, einfach, jeder kennt das, wenn ich ein dominanter Spieler bin, eine dominante Persönlichkeit. Ich glaube, Bellingham ist dieses seltene Phänomen, er hat diese dominante Ausstrahlung. Ich glaube, wenn Bellingham in den Raum kommt, und ich war noch nicht mit ihm im Raum, aber ich glaube, er ist so einer, der die Menschen sofort packt. Er hat diese dominante Ausstellung, die ich bei einem 19-Jährigen selten gesehen habe und er hat diese Leistung. Er hat nicht die Erfahrung, aber er tickt für mich zwei von drei Boxen ab. Die Erfahrung kann er nicht haben, aber für mich wird Führungsspieler zu oft immer mit diesem, ja, ist Brust raus und dominant. Du kannst auch durch Leistung oder eben deine Art, ein Spiel zu dominieren oder auch Ruhe auszustrahlen, Führungsspieler sein. Ich glaube, da hat Dortmund im Moment das eine mit Hummels, Reus, Erfahrung, aber eben auch Typen, wo das Alter für mich keine Rolle spielt. Da noch ein Punkt und ich glaube, da ist Edin richtig gut, weil man hört, man hat so das Gefühl, Führungsspieler werden wir per Zufall. Ich kann es ja auch entwickeln. Ja. Und da ist Edin mit Sicherheit einer, der ganz genau weiß, wie ich Bellingham vielleicht nur ein paar Sachen an die Hand gebe, dass er in ein paar Bereichen, wo er vielleicht ihm Erfahrung fehlt, wo er ihn schneller erfahren macht. Also der gibt ihm mit Sicherheit nicht die Kapitänsbinde und sagt, so jetzt hast du mir die Kapitänsbinde, sondern er wird das mit Sicherheit sehr gut vorbereiten, um ihn da möglichst schnell zu entwickeln. Dann lass uns von den Aspekten außerhalb des Platzes oder zumindest von dem mentalen Aspekt mal auf das spielerische schauen. Wir haben die Highlights vorbereitet. Weil der die Zwei-Mann-Mauer noch um einen Meter nach vorne geschoben hat, weil sonst wären die nämlich genau in der Verlängerung der Mauer der Herr Tarnack standen und hätte das Tor nicht gezählt. Also Schlotterbeck auch. Der kennt die Regeln richtig gut. Schlotterbeck gehört das Tor, können wir sagen. Lass uns noch über einen Spieler von Borussia Dortmund sprechen. Wir hatten ihn gerade einmal ganz kurz angeklungen. Zweiter Frühling ist vielleicht ein bisschen zu früh, dass du sagen sollt, ist er noch nicht. Julian Brandt. Absolute Top-Leistung von ihm, auch in der Champions League sehr gut gewesen. Ich fand es auch schade, dass man hier bei meinem zweiten Tor, dass es so spät reingeht im Highlight. Erst da, wo Adi Jemi eigentlich flankt. Weil vielleicht bewerte ich das auch über, aber also für mich ist so, einer der wichtigsten Faktoren mittlerweile ist, wie oft orientiert sich ein Spieler auf dem Platz? Wie oft geht der Blick nach rechts, nach links? Wie oft gucke ich und nehme wahr, was um mich herum passiert? Das sieht man zum Beispiel, finde ich, beim Gegentor, was dann härter das Tor macht. Da hat Emre Can irgendwann komplett aufgehört, sich für den eigenen Rückraum zu interessieren. Das war irgendwann irrelevant. Und dann passieren einfach Dinge im Rücken, die er nicht mehr auf dem Schirm hat. Und bei Julian Brandt ist es so, beim zweiten Tor, er ist der Laufweg und bevor der Pass kommt, den er letztendlich an Adi Jemi weiterleitet, Blick nach rechts, Blick nach links, orientiert. Das heißt, wenn der Ball dann tatsächlich kommt, muss er gar nicht mehr gucken, macht er auch nicht mehr. Er dreht sich auf in einer fließenden Bewegung, das Ding geht sofort weiter, weil er vorher schon kapiert, was passiert. Und diese Intelligenz, sich zu orientieren, bevor der Ball bei dir ist, damit du, wenn er da ist, gar nicht mehr gucken musst, weil du schon längst gesehen hast, was um dich herum passiert. Das macht Julian Brandt für mich so stark. Und das hat er immer schon gehabt, finde ich, dass neben seiner Schlampigkeit, seiner Fehleranfälligkeit und der mangelnden Arbeit nach hinten, die so früher ihn auch zu einem frustrierenden Spieler gemacht hat, seine Gabe, ein Gefühl zu entwickeln für, was ist gutes Timing, wo laufe ich wann rein und wie ist der Raum um mich herum. Also das, finde ich, hat er immer schon auf Top-Niveau gemacht. Und das sieht man jetzt halt gepaart mit Qualitäten, die er so vorher nicht gezeigt hat. Ein Muss für die deutsche Nationalmannschaft? Auf jeden Fall. Und ich stimme Niklas dazu, wenn man bedenkt, dass Leverkusen Brandt und Havertz damals hatte, die beide, glaube ich, sehr, sehr gut in dieser Intuition sind, die beide eine sehr gute Technik haben, sehr gute Orientierung, auch wenn Havertz bei Chelsea einige Probleme hat. Und ja, Brandt war immer schon ein geiler Kicker mit Problemen im Defensivspiel, aber auch das kriegt er mittlerweile sehr gut hin. Er ist sicherlich nicht, er wird niemals ein Verteidigungsmonster werden, aber ich glaube, er weiß, sein Anlaufverhalten ist besser geworden, er arbeitet auch mit zurück, es ist einfach leichter. Wenn ich gut spiele, dann mache ich auch diese extra Wege. Ich glaube, wenn ich vorne eine Chance vergebe, dann habe ich eher mal dieses Gefühl, boah, jetzt gehe ich nicht diesen extra Meter. Und bei ihm läuft es im Moment, er ist so mit Sicherheit auch ein Schlüsselspieler für die Nationalmannschaft. Ja. Guckst du mich so erwartungsvoll an? Also, da kann man ja nicht widersprechen. Julian Brandt, du hast gesagt, frustrierender Spieler, diese Frustration kommt ja vor allem daher, wenn du dann irgendwie vier richtig gute Spiele machst, wo du das Talent aufblitzen siehst und dann siehst du wieder vier schwache Spiele, wo er einfach unsichtbar ist. Und diese unsichtbaren und richtig schwachen Spiele gibt es halt jetzt schon länger nicht mehr bei Julian Brandt in dieser Saison. Und das macht eben diesen Unterschied und steht auch, finde ich, für ein bisschen so sinnbildlich für diesen BVB dieses Jahr. Das hatte ich eben schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass hier halt eben diese Spiele, die sie vielleicht in der Vergangenheit dann auch mal ärgerlich verloren hätten oder gestern halt eben sehr bezeichnende Spiel, dann vielleicht 2 zu 2 am Ende das Ganze ausgeht. Und so machen sie dann halt noch mal die entscheidenden Spielzüge, die entscheidenden Tore und gewinnen das Spiel am Ende. Und Julian Brandt verkörpert das irgendwie für mich so ein bisschen, dass er wirklich aus diesem auf und ab konstant auf einem hohen Niveau performt. Und ja, also so ein Spieler in der Form, da brauchen wir nicht lange über Nationalmannschaft sprechen, weil da gehört er dann rein. Und es könnte ja auch wieder, wir haben über Achsen gesprochen, jetzt auch ein Glücksfall sein, der Aufschwung des BVB mit Blick auf die EM24, Stichwort Achse. Also die sehen wir jetzt, glaube ich, bei Bayern, okay, immer noch, aber auch der BVB hätte jetzt wieder Optionen, mit drei bis vier Spielern dabei zu sein. Abwehrchef würde ich jetzt eher, leider ist er nicht da, Robin Knoche natürlich sehen wollen, mit dann 31. Nein, aber ich glaube, das ist halt das Schöne, jetzt zu sehen, dass Julian Brandt eben in dem Umfeld jetzt performt und möglicherweise drei, vier Spieler defensiv. Ja, Schlotterbeck hast du gesagt, auch kein Riesenfan, aber da tut sich jetzt überall was, Terzic bekommt das ganz gut hin und vielleicht haben wir jetzt auch dann wirklich Richtung 24, auch jetzt mit der Dortmunder Achse oder mit den deutschen Nationalspielern, beim BVB eine Chance, dann auch nochmal wieder für Hansi Flick einfach viel mehr Optionen zu haben, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Das Problem ist halt, die Position ist halt sehr umkämpft für die Nationalmannschaft. Durchaus. Jamal Musiala ist da glaube ich nicht so weit von entfernt und er wird wahrscheinlich auch nicht schlechter in den nächsten Jahren, mutmaßlich. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir sprechen hier über Union Berlin und den BVB als mögliche Meisterkandidaten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, weil ich glaube, dass die Bayern am Ende immer noch die nötige Qualität haben und dass wir die Bayern, also ich glaube, viele deutsche Fußballfans haben das Bedürfnis, die Bayern vielleicht etwas schlechter zu machen, als sie das am Ende sind, weil es halt gerade auch für Bayern-Verhältnisse nicht gut läuft. Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass eine von den Mannschaften ja den ausreichend langen Atem hat, um die Bayern da von der, beziehungsweise dann wirklich am Ende von der Spitze zu verdrängen. Dann lass uns gerne über die Bayern sprechen. Zwei der sechs Bundesliga-Partien nur gewonnen im Jahr 2023 in der Champions League sah es ganz gut aus. Da konnte man Paris Saint-Germain schlagen. Jetzt gab es die Niederlage in Gladbach. Wir werden auch gleich noch mal um die ein oder andere Kontroverse nicht rumkommen. Aber lass uns erst mal aufs Spielerische schauen. Sind die Bayern in so einer kleinen Krise? Kann man das bei denen schon eine Krise nennen? Es ist auf jeden Fall unruhig, also maximal unruhig. Die Dünnhäutigkeit im Nachgang, das weichgespülte Pack, da passiert gerade ganz viel. Es ist extrem unruhig und wir können über den Elfmeter jetzt wieder ausgiebig diskutieren. Jeder hier von euch hat seine Meinung, man hätte sie noch mal bewerten müssen, man hätte die rote Karte für Obermeccano nicht geben dürfen und so weiter. Das ist alles obsolet. Aber der Umgang damit nach dem Spiel, der Umgang mit der Niederlage ist brutal dünnhäutig. Es ist eine wahnsinnige Nervosität da, spürt man eben vom Trainer und genau das ist es möglicherweise, dass genau der vermutlich genau das nicht ausstrahlen sollte. Frag nach bei Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und der anderen Generation damals und ich glaube, deswegen ist eine Unruhe da und das ist tatsächlich eine Chance. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht. Es wird vermutlich am Ende immer noch qualitativ ausreichend sein, aber es ist jetzt extrem interessant zu sehen. Eigentlich lächzen wir ja alle danach. Du hast es gesagt, ein Viertklässler kennt nur den deutschen Meister FC Bayern München. Endlich haben wir wieder eine Spannung. Es passiert mal was im Kabinengang. Das ist jetzt die entertainige Sichtweise, die wir alle irgendwie schätzen, die das Produkt Bundesliga lieben und sagen, ja, da geht es endlich ab. Aber es zeigt ganz viel, wie es momentan eben aussieht und das gibt einem kein gutes Gefühl. Es ist jetzt ganz, ganz entscheidend, glaube ich, was die nächsten drei, vier, fünf Wochen bis hin dann zum Rückspiel gegen Paris in München im März passiert. Dann lass uns als erstes auf die Spielszenen schauen. Ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, da jetzt sich so drauf zu stürzen auf die Dünnhäutigkeit von Julian Nagelsmann und so weiter. Gerade mit Vergleich zu früher, wie die großen Bayern früher war, weil ich erinnere mich an diverse Uli Hoeneß-Interviews oder einen Oli Kahn nach dem Spiel, die sehr dünnhäutig sind und gerade nach Niederlagen, egal wie gut es lief. Also da wird dann bei den Bayern immer sehr darauf geguckt, was der Trainer macht, was danach gesagt wird. Ich finde, es gibt genug bei den Bayern sportlich zu besprechen, was gerade nicht so gut läuft. Und wenn ich diese Situation sehe, ich kann Julian Nagelsmann dann, natürlich, ob er sich dann so ausdrücken muss und wie er sich aufgeregt hat, darüber können wir auch sprechen. Ich muss das kurz in den Kontext bringen. Julian Nagelsmann hat gesagt, Zitat, weichgespültes Pack, glaube ich. Ja, seiner Aussage nach ja nicht nur die Schiedsrichter damit gemeint. Und ich muss auch wissen, also, ich... Er war bei den Schiedsrichtern drüben. Ja, ja. Und ich kann aber trotzdem verstehen, dass man sich ja aufregt, wenn jemand halt für so eine Aktion dann in der, was war es, achte Minute oder so, ja, dass man dann irgendwie 80 Minuten zu 10 spielen muss wegen so einer Aktion, ob man sich so aufregen muss. Aber ich glaube, im Rahmen von Fußballspielen fallen dann halt auch mal Sachen, die man dann mit ein bisschen, mit ein bisschen Abstand, glaube ich, auch anders formulieren würde. Aber trotzdem, sich jetzt auf diese Dünnhäutigkeit beziehungsweise die Aussagen von Julian Nagelsmann zu stürzen, das ist halt dann so ein Bayern-Thema, weil das kommt dann im Medienbereich sehr gut an, sich auf solche Sachen zu fokussieren. Manuel, schon mal ein Schiedsrichter als weichgespültes Pack bezeichnet? Nee, aber ich musste auch schon mal 6.000 Euro zahlen. Oh, hast du was schon gesagt? Noch schlimmere Sachen. Nee, ich habe, war interessant und zwar hat angeblich der vierte Offizielle gehört, dass ich gesagt habe, ihr seid so blind oder irgendwie so in die Richtung und dann ging es vor das DFB-Sportgericht und dann wird das halt ausverhandelt und dann konnte es man mir nicht nachweisen, ich habe gesagt, ihr seid die Blinden, ich habe gesagt, unter den Linden, also die haben das komplett verstanden. Ah ja. Und der DFB ist schön auf den Gerichtskosten sitzen geblieben. Bitte? Und der DFB ist schön auf den Gerichtskosten sitzen geblieben. Nee, 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 also wie gesagt, ich musste dann... Musstest du es bezahlen? Die Begründung war, also es waren ursprünglich 8.000, dann wurde es auf 6 reduziert und es ging um ein nicht adäquates Verhalten eines Bundesliga-Trainers während den 90 Minuten. Also das war dann so die Begründung, warum ich dann, obwohl man es mir nicht nachweisen konnte, trotzdem was zahlen musste. Hat dir keiner geglaubt, dass du irgendwie poetisch von unter den Linden erzählt hast? Musstest du denn zahlen oder der Verein? Nee, ich musste das zahlen, klar. Und geht ja dann auch so, da sitzt du dann ja da, dann gibt es auf der einen Seite sitzen die Schiedsrichter, auf der anderen Seite natürlich der FC Augsburg mit mir, dann hast du einen Richter vor dir, da werden Szenen eingespielt, die du ja vorher auch sichten kannst. Und bei mir war halt die Situation so, ich stand ganz links in der Coaching-Zone in Augsburg, habe da runtergeschaut und der vierte Offizielle im vollen Stadion mag diesen Ausspruch gehört haben. Wie auch immer, ich sage immer noch nein, aber naja, am Schluss sind halt diese 6.000 Euro hängen geblieben, nur, und da muss ich jetzt ein bisschen den Kreis schließen, ich finde, klar, Julian ist einer der kompetentesten Trainer, den wir haben, vor allem im Bereich Fachkompetenz, aber sowas geht nicht. Ich finde, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion und das Fall war in der 8. Minute, das heißt, man hat auch eine gewisse Zeit, natürlich das Ding dann zu verarbeiten und es gehört, und ich habe dafür zahlen müssen, weil ich es nicht konnte, als junger Trainer, eine gewisse Impulskontrolle mit dazu, dass ich auch in manchen Situationen sage, okay, das ist jetzt unangebracht. Und klar wird jetzt von Seiten vom DFB was kommen und es wird heißen, okay, das funktioniert so nicht und vielleicht muss er dann dementsprechend was zahlen, damit würde ich es dann auch belasten, aber er ist halt ein junger Trainer und er muss das auch lernen und wir haben eine Vorbildfunktion. Und immer zu sagen, das vorzuschieben, Emotionen bedeuten, ich darf sagen, was ich will, das geht halt nicht, also das funktioniert nicht. Stellt euch mal vor, der Schiedsrichter hätte das zum Trainer gesagt. Also man muss sich mal in die anderen Rollen auch reinversetzen, also da, ist für mich eine Grenze überschritten, die wir Trainer dieses Jahr schon, der eine sagt, naja, zieht euch mein gelbes Schleiberl an, der andere sagt, ihr seid zu blind und bedeutet dann oder meint dann, ja, ihr seid zu blind, ist jetzt kein Schimpfwort oder irgendetwas. Also wenn mein Kind zu mir sagen würde, du bist zu blind, also weiß nicht, wie ich dann drauf reagieren würde. Für mich ist das schon was, wo ich sage, das ist definitiv was, wo wir Trainer daran arbeiten müssen und das, weil wir eine Vorbildfunktion haben. Ich finde, die Wortwahl ist einfach nicht angebracht, aber das weiß er selber. Ich sehe es ähnlich. Mich hat es ehrlich gesagt überrascht, dass er es gesagt hat, weil ja, Nagelsmann hat eine riesen Fachkompetenz, ich glaube, seine größte Stärke, er sagt es auch immer wieder, Training ist 70 Prozent Menschenkenntnis oder Empathie und 30 Prozent Taktik. Ich glaube, jemand in seinem Alter als Trainer, wie er sich artikuliert, wie er spricht, wenn man so eine Pressekonferenzen hört, er ist ein sehr, sehr, sehr intelligenter Mensch, glaube ich, so was dieses Zwischenmenschliche angeht. Deswegen hat es mich sehr gewundert, dass er diese Aussage gemacht hat. Andererseits, er kam aus Hoffenheim, war bei Leipzig. Ich glaube, wie viele Krisen hatte Nagelsmann in seiner Trainerkarriere bisher, kann man wahrscheinlich an einem Finger abzählen. Das heißt, er hat es vielleicht ein wenig unterschätzt, was in Bayern auf ihn zukommt. Nicht sportlich, ich glaube, sportlich, die spielen immer noch, ich glaube, im Moment ist es immer noch so, dass die Bayern selber entscheiden, ob der Gegner eine Chance hat. Wenn sie ihre Chancen nutzen, dann gewinnen sie die Spiele. Wenn nicht, dann kommt so was wie in Gladbach raus, wenn dann ein bisschen Pech dabei ist. Aber ich glaube, dass er vielleicht einfach dieses Drumherum ein wenig unterschätzt hat. Aber du sagst, er ist jung, er wird lernen, aber mich hat sehr überrascht, weil ich sehe Nagelsmann halt so reflektiert, wie er rüberkommt, dass ich, es hat mich sehr überrascht, dass er nach, du sagst, zwischen der achten Minute und nach dem Spiel, da liegen fast zwei Stunden dazwischen. Aber ich würde da einfach kurz reingritschen, weil das ist genau das, was ich eben meinte, dass wir uns jetzt darauf stürzen. Aber für mich, in meinen Augen, müsste man eher über die Situation sprechen, die ihn überhaupt dazu gebracht hat, weil über die Ausdrucksweise können wir diskutieren, aber ich finde, inhaltlich hat er halt auch irgendwo recht, weil selbst, also wenn man das als faul bewertet, dann muss es eine rote Karte sein. Aber in meinen Augen sollte sowas niemals als faul bewertet werden. Und ich glaube, dass Jürgen Nagelsmann da auch eher allgemeiner das Ganze fassen wollte, weil wenn so eine kleine Berührung an der Schulter, dazu führt, dass ein durchaus großgewachsener Mensch wie Plea klar im Vollsprint zu Fall kommt, wenn sowas ein faul ist, dann finde ich das auch ein bisschen weichgespült, wie der Fußball so ist. Vielleicht mag ich das, die Meinung exklusiv haben, aber inhaltlich kann ich es schon nachvollziehen. Ob der dann die Contenance haben sollte, ist sowas nicht zu sagen, ist eine andere Frage. Ich glaube, das ist einfach weiterhin das Problem, das ein Hauptproblem des VARs ist halt hier, meiner Meinung nach weiterhin, dass einfach, nochmal, der Kontakt nicht, auch durch ein Kamerabild, am Ende meiner Meinung nach nicht erkennbar ist. Der kommt mit einer maximal hohen Geschwindigkeit und wird berührt. Was jetzt aber diese Berührung aussieht, oder wie fest die Berührung war, wie leicht. Es kann der VAR im Fußball, das ist halt was komplett anderes. Aber der VAR durfte ja nicht mal eingrätschen, weil es ja keine offensichtliche Fehlentscheidung war. Ja, und da gebe ich dir recht, er hat es auch aus, glaube ich, einer Entfernung von 40 oder 50 Metern im Vollsprint entschieden. Er hätte meiner Meinung nach auch ganz klar sich die Szene nochmal anschauen müssen. Da bin ich total dabei. Da gibt es keine zwei Meinungen, weil wir uns teilweise die absurdesten Dinge anschauen. Die muss er sich anschauen. Am Ende, finde ich schon, kann man das durchaus als faul bewerten. Was ich damit nur sagen will, ist, dass ich glaube nach wie vor, und das ist die größte Schwäche, Kamerabilder keinen finalen Ausschluss geben können über die Wucht eines Kontakts. Weißt du? Also ich würde schon sagen, der hat ihn berührt, aber du siehst, er kommt ins Straucheln. Ich würde nicht sagen, dass er sich da plötzlich mit 38 kmh fallen lässt oder euch jetzt strauchle ich mal. Es muss was passiert sein. Aber ich finde, das ist die Hauptschwäche des VAR, einfach Faulspiele, wirklich das Kamerabild aufzulösen. Aber ich finde gerade dann bei so einer Situation, ich finde, dass das Julian Nagelsmann dann in einem Interview später, finde ich, ganz gut erklärt hat, dass Alassane Pleier kreuzt den Weg von Upamecano und erwartet den Kontakt. Unten, glaube ich, weil der halt häufig auch dann mal zufällig zustande kommt, wenn zwei Spieler sich im Vollsprint kreuzen. Aber da muss ich widersprechen, weil den erwartet er nicht, weil ein Stürmer, der einen Kontakt erwartet, der bleibt stehen. Aber... Der bleibt definitiv stehen. Und jetzt, wenn man die andere Brille mal aufsetzt und einfach mal sich in den Stürmer-Player reinversetzt. Also ich kann nicht so schnell laufen wie er, aber wenn du mit so einem Speed kommst und Upamecano einen Stellungsfehler macht, er kreuzt den Laufweg deswegen, weil er zum Ball hin will, Upamecano kommt hinter ihm her und berührt ihn, auch wenn nur leicht an der Schulter. Du kommst aus dem Laufrhythmus raus. Es ist eine brutal harte Entscheidung. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber ich finde, man muss halt beide Perspektiven sich immer anschauen. Und wenn ich jetzt Player wäre, ich kann es mir jetzt auch nur vorstellen, und ich renne da drauf und einer kommt von hinten und wenn man rennt, ist der Oberkörper immer vorn und einer berührt mich und zieht ihn hinter. Und wenn es nur ein bisschen was ist, das faul, sage ich, gibst du wahrscheinlich nicht, wenn es irgendwo im Mittelfeld, ohne den Kopf... Das stört mich. Nein, der Kontext ist ja wichtig. Nein, das ist nicht genau das Problem. Wir haben gerade über den Videobeweis gesprochen. Ja. Aber wo fangen wir an und wo hören wir auf? Das ist ja, glaube ich, die Frage, die auch zurückgestellt. Aber du kannst ja nicht mittlerweile bei jeder Situation dann irgendwie die achte Zeitlupe raussuchen, wo dann doch irgendwo der minimale Kontakt sein könnte. Absolut. Also auch gerne auch mal die Frage an den Chat, ob das für euch daheim faul war oder nicht. Zum Kontext gehört, finde ich, aber auch die Situation, in der wir uns hier befinden, wenn wir sagen, die Schiedsrichter sollen Spielausgang so wenig wie möglich beeinflussen. Wenn du das als faul bewertest und dir dann nicht nochmal anguckst, was natürlich auch ein Riesenproblem ist, wenn du das angucken könntest, wenn du weißt, du entscheidest jetzt auf faul in der achten Spielminute und die eine Mannschaft spielt jetzt über 80 Minuten lang zu 10, dann greifst du als Schiedsrichter, finde ich, maßgeblich auf den Einfluss des Spiels ein und das gehört ja auch irgendwo zum Kontext. Natürlich, in der ersten Situation, gebe ich ganz offen zu, als ich die Spielszene in Realgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich gesagt, das ist ein Foul. Aber da dachte ich auch, er berührt ihn unten und macht halt diesen klassischen Gehfehler, dass du dich verhaakst und er fällt. Aber gerade dann in der Wiederholung der Bilder, die Schulter bewegt sich kaum. Aber jetzt auch nochmal, deswegen ist es mir wichtig, dass wir versuchen, alle drei Perspektiven einzunehmen. die des Schiedsrichters, wie du es nur beschrieben hast, von Upamecano und Plea. Und interessant finde ich schon mittlerweile, wenn es um Videoentscheidungen geht, wer wird immer befragt danach? Die, die es negativ betroffen hat. wie intensiv man danach Plea befragt hat, wie er die Situation empfunden hat, wie man den Gästetrainer, in dem Fall, was er heimspielt, Daniel Farke, befragt hat. Wenn sie clever sind, haben sie nichts dazu gesagt. Ja, aber trotzdem wird ja immer die Seite dann aufgemacht. Und man muss aufpassen, gerade in dem Schiedsrichterwesen, dass man sagt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt halt einfach den Graubereich. Und dann kann man jetzt tatsächlich darüber diskutieren, ist es jetzt eine Fehlentscheidung? Wenn es eine Fehlentscheidung ist, muss er intervenieren, muss er es sich anschauen? Aber wenn der draußen sagt, naja, in seiner Wahrnehmung nicht, dann muss er es halt nicht sagen. Lass mich mal einmal ganz kurz Niklas reinholen, der hat seit fünf Minuten schon immer mal wieder so kurz angesetzt. Zeit vergangen, ich bin gar nicht mehr aktuell, was ich sagen wollte. Also das ist schon längst vorbei. Ich wollte nur sagen, so ein Nagelsmann, und ich sage nicht, dass es hier zwingend, ja, ich warte schon eine Weile. Ich warte schon eine Weile, genau, ich warte schon eine Weile. Ich sage nicht, dass es hier zwingend der Fall war, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Mourinho als Chelsea-Trainer, dass Mourinho nach Niederlagen seiner Mannschaft, in Phasen, wo es schlecht lief, gerne mal auf PKs öffentlich Dinge gesagt hat, die den Fokus massiv auf ihn gelenkt haben, und plötzlich ging es überhaupt nicht mehr um die Leistung der eigenen Mannschaft und das, was schlecht gelaufen ist, sondern nur noch um ihn persönlich, und da kann man glaube ich sagen, dass irgendwann war das Strategie, weil er wusste, ich kann das ertragen, ich halte das aus, was über mich gesprochen wird, aber meine Mannschaft ist erstmal aus dem Fokus, die sind erstmal raus, und ich sage nicht, dass es hier der Fall war, weil so in der Wortwahl wirkt es auch wie etwas, was im Impuls eher passiert ist, aber ich möchte es zumindest nicht ganz ausschließen, dass jetzt zumindest keiner mehr darüber redet, über vielleicht auch spielerische Mängel, sportliche Schwächen der Bayern, sondern es geht gerade primär nur noch um Julian Nagelsmann. Weil, und ich glaube auch, das hat Julian Nagelsmann nicht bewusst gemacht, aber es klickt besser, und da sind wir, also ich will jetzt nicht die ganz große Mediensport-Medienkritik ausfahren, aber natürlich klickt es besser, dann über Nagelsmann zu sprechen, zu schreiben und den halben Doppelpass damit zu füllen, als wenn wir darüber sprechen, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, dass Uber Meccano da zu spät dran ist. Für uns heute ist es auch nicht schlecht. Stimmt, ich bin ja Teil davon. Blashaus, ne? Ja, ja, ich weiß, natürlich, ich gehöre ja auch mit dazu, gebe ich auch offen zu, aber ich versuche dann immer noch mal den sportlichen Aspekt mit reinzubringen, und das ist ja auch ganz spannend, aber natürlich wird sowas dann eher thematisiert, ob er das jetzt bewusst gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht, aber es hilft. Sprichst du den Doppelpass an, Tobias Welz, der Schiedsrichter der Partie, hat sich auch geäußert, da können wir auch einmal kurz drauf schauen. Ihr könnt alle lesen, glaube ich, ich lese es trotzdem vor. Für mich war der Griff an die Schulter das entscheidende Argument. Ja, was denn sonst? Also, wenn es was anderes gewesen wäre, dann hätte es mich überrascht. Also, natürlich ist das das entscheidende Argument. Ich lese es nochmal vor. Ich habe mich natürlich mit dem VAA abgestimmt. Er hätte mir keine anderen Bilder liefern können. Das ist eine Entscheidung, die im Graubereich ist. Manuel, da bist du. Und damit absolut nichts für den Videobeweis. Ja, dann haben wir ein Graubereich-Problem im deutschen Fußball. Also, natürlich. Und das ist das, was ich eben meinte. Wenn das ein Foul ist, wenn das dazu führt, dass eine Mannschaft nur noch zu 10 spielt, dann ist mir das zu wenig insgesamt. Also, ich bin jetzt niemand, der sagt, Fußball muss wieder härter werden. Aber das sollte für mich kein Foul sein, so ein kleiner Griff an die Schulter. Aber, wie gesagt, ich wiederhole mich da in der Hinsicht. Tobias Welz haben jetzt gerade noch mal die Aussage eingeblendet gesehen. Für ihn anscheinend gar nicht so ein großes Problem gewesen. Ich habe gesagt, der Austausch mit Nagelsmann war jetzt nicht irgendwie despektierlich oder so. Wo sind keine Beleidigungen gefallen, was dann eben in der Kabine passiert. Das bleibt auch da. Lass uns noch einmal ganz kurz dann abschließend, wir haben jetzt genug über das Foul gesprochen, auch im Chat, auch hier vor Ort, sind wir uns nicht alle einig, ob es das dann Foul ist, ob es Graubereich ist, ob es kein Foul ist, ob der VAA da eingreifen sollte oder nicht. Ich glaube, das ist ein ewiges Thema, was wir auch in so kurzer Zeit nicht loswerden. Ich möchte noch ganz gerne über Julian Nagelsmann und seine Aussagen sprechen. Seht ihr darin wirklich so ein großes Problem? Manuel, du hast gesagt ja. Würdest du ihm dazu stimmen, Niklas? Also ich sehe, wo du herkommst, um Vorbildfunktionen ja, aber zum Vorbild sein gehört für mich dann auch das dazu, was im Nachgang passiert, nämlich wenn du ein bisschen abgekühlt hast, dich zu entschuldigen, klarzustellen, einzuordnen, was du da gesagt hast und dann auch dich selbstkritisch zu reflektieren und das hat Julian Nagelsmann dann auch anschließend sogar im öffentlichen Rahmen gemacht und das reicht dann für mich vollkommen aus letztendlich. Also für mich ist das gut genug und ich würde es auch nicht größer machen wollen, als es ist. Für mich hat das ganze Thema, das Foulspiel inklusive alles, was drum passiert ist, eine Dimension angenommen, eine Größe, die ich eigentlich für vollkommen unverhältnismäßig halte. Aber ist nicht genau das, was wir im Fußball eigentlich seit Jahren vermissen? Wir sagen immer, was keine richtigen Typen. Ja, das ist auch eine ähnliche Begriffe, aber echte Typen und dann finden wir es auch wieder doof und als Eberl gesagt hat, als Maulahne, waren wir alle ganz überrascht, dass solche Ausdrücke im Fußball stattfinden. Da finde ich den Aufschrei immer viel zu groß, weil jeder, der mal irgendwie in welchem Bereich auch immer auf einem Fußballfeld oder daneben irgendwie verbracht hat, der weiß, dass es da halt auch nicht immer zimperlich zugeht oder dass mal jemand als Linde beschrieben wird, bezeichnet wird. Unter den Linden. Ach, unter den Linden, genau. Die Aussage war auch jetzt, wie gesagt, ich stimme da Niklas zu. Ich glaube, inhaltlich stimmen wir Nagelsmann zu. Jeder hätte es gemacht. Ob er das so sagen muss, weiß ich nicht. Er hat sich entschuldigt und ich fand die Aussage aber auch nicht so krass. Er hat jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Beleidigung rausgehauen. Ich hätte noch andere Sachen. Ja, genau. Weichgespültes Pack. Also, wenn man sich damit angegriffen fühlt, okay, ja, Vorbildfunktion, aber er hat eben auch jetzt nicht eine richtig, also da gab es schon deutlich schlimmere Dinge in der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren. Es war unnötig, aber ich glaube, jeder versteht es, der schon mal im Sport gearbeitet hat, dass man ab und zu mal diese, es war einfach intuitiv, er hat es in dem Moment so gedacht, es war nicht gut, er hat sich entschuldigt und ich sehe es ähnlich, Thema müsste gegessen sein. Wir sollten ja nicht vergessen, es ist ja, teilweise kam es mir in den letzten zwei Tagen so vor, als wäre es die erste große Fehlentscheidung dieser Saison gewesen, weil es jetzt die Bayern betroffen hat. Ich glaube, wenn ich da an das Tor von Schalke gegen Köln denke, was abgefiffen wurde wegen einem passiven Abseits, das ist für mich fast noch ein größerer Skandal gewesen als das hier. Also, danke. Normale Leute, endlich. Ich finde es schade, dass erst mal wieder die Bayern betroffen sind, das ist wieder so eine Floskel, aber scheinbar müssen die Bayern erst betroffen werden, damit es eine breite Angriffsfläche gibt. Also, ich glaube, der VAA in Deutschland diese Saison, da gibt es jedes Team hat sein Päckchen zu tragen, aber die Maße, die es jetzt angenommen hat, die Dimension, die waren auch schon, also wie gesagt, es war eine komische Entscheidung, aber war es jetzt der größte Skandal aller Zeiten? Schwierig. Natürlich nicht, aber natürlich hatten wir ganz andere Entscheidungen, aber ich glaube, es geht einfach um die Tatsache, er geht danach noch mal hin, er geht mit in Diskussionen, er hat sich übrigens auch danach entschuldigt auf seinem Insta-Account, also nochmal, er weiß, dass er möglicherweise auch vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen hat. Ich glaube, dass halt die gesamte Kommunikation auch rund um die Spielszenen selber im Stadion, geht uns allen so, da geht es schon mal los, ist ausbaufähig, also erst mal diese unterschiedlichen Wahrnehmungen des VAAs, er geht nicht raus, schaut nicht noch mal nach. Da gibt es einfach, wird mit drei allein Maß gemessen, der VAA hat einfach weiterhin massive Probleme, glaube ich, oder es ist einfach nicht gelungen, ihn so zu implementieren, zumindest nicht in der Bundesliga, dass wir alle irgendwie zufrieden mit diesem Tool sind. Also da gibt es einen Haufen Hausaufgaben, die zu machen sind, die Kommunikation nach dem Spiel ist absolut ausbaufähig, unabhängig von Nagelsmann, Schiedsrichter sprechen erst mal gar nicht, sprechen am nächsten Tag beim Doppelpass, wenn sie wollen, dann spricht nochmal ein anderer Schiedsrichter in einem anderen Medium, ich glaube, da kann man am Spieltag viel, viel mehr leisten, viel, viel mehr Transparenz schaffen, vielleicht auch im gemeinsamen Dialog und einfach nochmal, ich bin schon bei dir, Vorbildfunktion, Trainer abkühlen, dann ein Interview geben und sagen, ich war gerade nochmal bei ihm, wir haben das besprochen, wie auch immer, vielleicht sogar mal gemeinsam, Schiedsrichter und Trainer und einfach sagen, wir haben hier eine Vorbildfunktion ein Stück weit, bei allem nochmal auch, ja, Unterhaltungsfaktor, dem ich auch nicht abgeneigt bin und denke so, ey Alter, was hat der denn da rausgehauen, cool, ja, geht mal ab in der Kabine, aber ich finde schon, da ist echt Luft nach oben, die Schiedsrichter können sich, sollten sich ganz anders positionieren, meiner Meinung nach auch und einfach viel offener mit Themen umgehen, auch mit klaren Interviewslots nach dem Spiel und da haben wir überall Luft nach oben. Ich glaube, dann könnten wir auch dem Zuschauer, dem Fan, all denen, die im Stadion sind und sagen, ich verstehe das nicht, warum guckt der nicht nochmal einfach viel, viel mehr Aufklärungsarbeit liefern und damit auch insgesamt das Produkt besser machen. Dann lass uns da einen Punkt hinter machen. Wir danken dem VAA und dem FC Bayern München für einen Sendeslot von einer halben Stunde, der in anderthalb Stunden circa ausgeartet ist. Vielen Dank an der Stelle, wir sind gleich wieder da nach der Werbung und reden über die Champions League und über die Wintertransfers. Gab ja auch ein paar. Zurück bei Ed Kroski. Dankeschön. Eurer Fußball-Talkshow. Vielen Dank. Ja, wir haben den deutschen Fußball und den FC Bayern München und auch den Videobeweis förmlich seziert. War ein sehr, sehr langes Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch gerne mal da lobende Worte an den Chat. Dankeschön an jeden, der da mitdiskutiert. Könnt ihr, wie gesagt, auch sehr gerne auf unseren anderen Social Media Kanälen machen. Unter anderem auch auf Twitter sind wir natürlich unter dem Hashtag Ed Kroski da sehr gerne weiter fleißig diskutieren. Werden auch ab und zu vielleicht mal ein, zwei Tweets eingeblendet und vergesst natürlich auch nicht, euch ein Twitch-Konto zu erstellen und den Stream laufen zu lassen, denn wir haben auch noch ein paar Twitch-Drops aktiviert. Das heißt, ihr könnt fürs bloße Zuschauen eine Belohnung bekommen. Wir haben ein paar PSN-Karten zu verlosen. Wir haben drei VIP-Tickets für die Ed Kroski-Show und eure Begleitung. Das heißt, ihr könnt einmal nach Köln oder Berlin kommen, je nachdem, wo wir dann sind. Kriegt die Anfahrt, die Reise gestellt, dann ein mögliches Hotel, habt ein Meet & Greet, also alles, was dazugehört. VIP-Ticket halt. Und wir haben auch noch unterschriebene Trikots. Also schaut da sehr gerne vorbei. Ihr braucht dafür nicht in den Chat schreiben. Die Mods melden sich per Flüsternachricht bei euch. Also auf jeden Fall da mal die Augen offen halten im Postfach. Wir wollen als nächstes hier über die Champions League und über die Transfers sprechen. Das Torhüterproblem bei den Bayern schien mit der Verpflichtung von Jan Sommer gelöst. Ein Interview vom verletzten Manuel Neuer, in dem er öffentlich Kritik an seinem Klub nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic äußerte, hat jedoch hohe Wellen geschlagen. Nach Ronaldo, jetzt auch Neuer, werden kontroverse und unautorisierte Interviews zum Trend. Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Chronologisch. War chronologisch nicht der richtige Einspieler, aber das ist gar kein Problem. So professionell sind wir hier nicht. Lass uns ganz kurz dann über Manuel Neuer und seinen Erbfolger sprechen, Jan Sommer. Ist das Thema im Bayern-Tor durch? Hat Manuel Neuer vor allem nach dem Interview noch mal die Chance auf eine Rückkehr? von Manuel zu Manuel? Achso, okay. Ja, natürlich. Also aus meiner Sicht ja. Was ich persönlich aber immer nicht gut finde, wenn man sich in der Öffentlichkeit zu manchen Themen dann so klar positioniert. Es ist mit Sicherheit ein schwerer Schlag für Manuel Neuer, dass er engster Vertrauter, dem er extrem viel zu verdanken hat, jetzt nicht mehr mit dabei ist. Aber er hat natürlich dem Verein auch mit dem Verein sehr viel Positives geleistet. Aber es wird trotzdem spannend bleiben, wenn er wieder zurückkommt. Jan Sommer ist da, wie es dann dementsprechend weitergeht. Aber wir hatten vorher das Thema, da muss ich noch mal kurz drauf kommen, Bayern das größte Potenzial, die Leistung stimmt nicht. Warum? Weil immer wieder Störungen dazukommen und eine ist definitiv das Thema mit Tapalovic gewesen und Manuel Neuer, die auch darauf einzahlt, dass das ein oder andere Prozentpünktchen nicht mehr dabei ist. Also Vorwurf eurerseits an der Stelle auch an Manuel Neuer und die Umgangsweise? Also ich habe mir das Interview komplett durchgelesen und da war jemandem schon bewusst, dass er dann noch mal ein kleines Störfeuer reinbringt, glaube ich. Das macht man nicht einfach so, das macht man nicht komplett unbedacht. Ich kann natürlich den Unmut irgendwo verstehen, wenn du als so verdienter Spieler mit so einer vertrauten Person, wie der Tapalovic eben war, dass der dann halt so plötzlich entlassen wird, ohne dass das vorher mit dir besprochen wird und gerade in dem Moment, wo du lange raus bist. Das klingt für mich von außen betrachtet sehr nach Machtspielchen, vor allem, wenn jetzt halt noch ein mehr oder weniger Vertrauter von Nagelsmann jetzt geholt wird als Ersatz. Also es sind kleine Machtspielchen, aber wenn du die Unruhen oder die Störfeuer ansprichst, die sind ja auch irgendwo dann komplett selber gemacht. Also zu einem natürlich dieser Umgang dann mit dem Torwarttrainer, aber dann halt auch so Geschichten mit Serge Gnabry und wie groß man das gekocht hat, dass der mal kurz nach Paris geflogen ist, die macht man ja selber dann größer und störender, als sie eigentlich sein müssten. Also es ist irgendwo auch ein selbstgemachtes Problem, finde ich. Gnabry kocht ja auch gerne. Ich habe gedacht, ein paar Leute lachen, schade. Ich habe keinen Lachen. Ja, danke dir. Danke wenigstens einer. Niklas, glaubst du, Neujahrszeit bei den Bayern ist vorbei, um es mal so plakativ zu formulieren? Das ist so schwer vorauszusehen. Also ich habe ja schon mal irgendwo gesagt, ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem er im Sommer den Schweinsteigerweg geht. Also von FC Bayern so halb Aros ragiert zu Manchester United, weil also De Gea limitiert, glaube ich, United sehr in der Idee, wie Ten Hag Fußball spielen lassen möchte, gibt es ganz oft, dass er teilweise Bälle auch ohne großen Gegnerdruck einfach nur weit klärt und so ein bisschen auch, man sieht einfach, dass er mit dem Fuß nicht das kann, was, glaube ich, Ten Hag sich von einem Torhüter wünscht und das kann Manuel Neuer und vielleicht geht da eine Tür auf in die Richtung. Ist schwer zu sagen. Ich finde nur auffällig, weil es wurde jetzt viel im Zuge dessen an Manuel Neuer kritisiert, aber wir haben jetzt zwei Saisons Julian Nagelsmann. In der ersten Saison gab es Probleme mit Robert Lewandowski, die letztendlich auch eine öffentliche Dimension angenommen hatten. Kann man fairerweise sagen, Lewandowski und Neuer sind auch Spieler, die dann vielleicht Eigeninteressen verfolgen. Da ging es dann um die Frage, bleibt er beim FC Bayern oder nicht. Aber ich finde es zumindest auffällig, dass wir jetzt zwei Jahre in Folge ein Problem haben zwischen Trainer und einem der ganz entscheidenden prägenden Führungsspieler der letzten Jahre, die es so in der Form, fand ich, so dass es auch öffentlich stattgefunden hat unter Trainern, die es vorher gab, nicht gab. Und das fällt mir zumindest auf, dass da vielleicht auch ein Umgangsproblem herrscht. Wie gehe ich mit verdienten Spielern um und wie moderiere ich es vielleicht auch vernünftig, wenn, bei Manuel Neuer das der Fall sein sollte, wenn verdiente Spieler so über den Leistungszenit langsam hinauskommen. Und da scheint, so sehe ich zumindest, auf jeden Fall noch Nachholbedarf zu bestehen. Thomas Müller vielleicht der Nächste? Ja, vielleicht, vielleicht. Also, mal schauen. Also, er spielt ja jetzt immer weniger, aber da sehe ich zumindest irgendwo auch, dass es leistungstechnisch auch darstellbar ist. Ich kann es verstehen, warum es so ist, weil du hast einfach andere Spiele beim FC Bayern, die es gut machen oder besser machen. Also, dass Thomas Müller aktuell nicht so eine sportlich prägende Rolle spielt, finde ich rein leistungsbasiert nachvollziehbar. Manuel Neuer, so eine harte Verletzung, wie man ja lesen und hören kann, wobei da auch die Bayern so ein bisschen sehr wässrig mit umgehen, wie sie es dann in der Öffentlichkeit formulieren. Glaubst du, er kann auch nochmal auf dem Level performen? Ja, ich finde es, wie Niklas, sehr, sehr schwer vorherzusehen. Ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema wenig beschäftigt. Mich hat es gefreut, weil ich die Bayern nicht mag und umso mehr Unruhe da ist, desto mehr Reutenzir. Aber ich glaube, es ist auch immer eine Hierarchiefrage. Ich glaube, was wir sicher wissen, es gibt, glaube ich, viel, was wir nicht wissen, was wir sicher wissen, es war jetzt nicht diese eine Situation. Ich glaube, da ist sehr vieles schon unter der Oberfläche in den letzten Monaten passiert. Wann es angefangen hat mit Nagelsmann, mit Salihamidzic, viel früher, ist reine Spekulation. Ich glaube, dass Neuer, wenn er will, auch wieder zurück ins Tor kann. Auch wenn Nagelsmann das vielleicht nicht will, aber ich glaube, da ist die Hierarchie beim FC Bayern, glaube ich, noch teilweise auch bei den Trainern und bei sämtlichen im Vorstand so, dass ich glaube, wenn Neuer es will, es könnte. Ob er es nochmal will, ich glaube, das Szenario USA finde ich realistisch. Ich meine, Leistungstechnik. Es gibt ja schon Zeichen, die gegen ihn sprechen. Ja, total. Also, Torwart-Trainer, einer seiner engsten Vertrauten ist weg. Jan Sommer auch einen Vertrag bekommen, nicht nur für anderthalb Jahre, sondern für zweieinhalb. Und ich glaube, so unsicher hat er lange nicht mehr am Sattel gesessen. Ja, auch eine Verletzung, ohne jetzt da ein Mediziner zu sein, die in dem Alter wahrscheinlich auch nicht bedeutet, dass ich sofort nach der Regeneration wieder auf dem Platz fröhlich rumspringe. Also, ich weiß nicht, ob er dieses Limit nochmal gehen kann und er muss es in seinem Alter, das Leistungslimit, gehen. Ich glaube, sonst ist die Differenz zwischen ihm und Sommer nicht mehr so groß. Also, ich glaube, es ist reine Spekulation, aber ich könnte mir das Szenario sehr, sehr gut vorstellen, dass er tatsächlich kein Spiel mehr für die Bayern machen wird, was bei allem, bei allem, ja, ich mag die Bayern nicht unbedingt, aber Neuer war nun mal ein Superspieler für die Bayern, für Deutschland und ihm dann so, so ein Abgang würde ihm nicht gerecht werden. Egal, wie man zu ihm steht, ich glaube, das hat er nicht verdient und es war jetzt nicht seine Schuld, die Verletzung, ein bisschen vielleicht. Aber, ja, ich glaube, das Szenario USA halte ich für sehr realistisch. Sven, kann man dem FC Bayern München da irgendwas vorwerfen, hätte man Manuel Neuer nicht vor der Verletzung, nicht falsch verstehen, dahingehend etwas schützen müssen? Mit der ganzen Geschichte, die danach passiert ist? Ja, es ist am Ende wieder das, was ich auch vorhin gesagt habe zum Thema, wie kommunizieren wir, wie reden wir miteinander und das ist, glaube ich, einfach wieder nicht gut, ist nicht gut gemanagt worden und das ist aber auch etwas, was ich vielleicht in Teilen in den zwei Jahren, in dem ich auch die Möglichkeit hatte, mal in einem Club zu arbeiten, eben auch im kleineren, natürlich auch beim VfL Wolfsburg festgestellt habe. Es ist unheimlich schwer, teilweise einfach Dinge in der Kommunikation so vorzubereiten, dass man sagt, wir haben jetzt hier ein Thema, wie gehen wir es an? Und dann setzt man sich hin, dann trifft sich der Bratz und mit dem Julian und sagt, pass auf, mit dem Torwarttrainer, wie regeln wir das jetzt? Ja, wir sollten mit dem Manuel mal abholen dazu, damit der vorgewarnt ist, weil der ist gut mit dem, ist ein Freund. Also, wie wird dann miteinander gesprochen? Und ich vermute, hier ist eben nichts passiert und dann kommt diese Retourkutsche mit dem Interview von Manuel Neuernd. Ich glaube, das ist am Ende immer wieder eine große Schwäche, glaube ich, in den Unternehmen, Fußball-Bundesliga-Vereinen, dass einfach nicht gut vorher gesprochen wird. Dann haben wir unter Umständen Spaß wiederum in dem, was wir dann lesen. Es ist unterhaltsam, auch die Gnabry-Thematik, die Bratz so dann öffentlich anspricht danach und sagt, da muss man mit ihm reden, das geht so nicht. Auch das, wie er vielleicht nicht gut kommuniziert, aber uns sozusagen als Fans oder vielleicht auch als Bayern-Hasser, wie auch immer, ja, uns freut es, aber im Grunde genommen, was bleibt es einfach, dass hier nicht gut einfach, wie soll ich sagen, eine Krise oder ein Problem gemanagt und kommuniziert wird. Und dann kommt sowas dabei raus und das kann dazu führen, dass er kein Spiel mehr für den FC Bayern München machen wird. Das wäre bedauerlich, aber es wird jetzt auch sehr viel davon abhängen, wie Jan Sommer sich in der Rolle schlägt. Aber am Ende, Kommunikation ist alles. Vorher miteinander reden, sich die Situation vor Augen führen, was kann passieren, wenn wir das entscheiden und die entscheidenden Spieler, Personen, Protagonisten abholen. Das wäre jetzt Manuel Neuer gewesen und das hat möglicherweise nicht stattgefunden. Dann lass uns das ganze Thema mit einer Prognose wenden. Glaubst du, er wird nochmal für Bayern spielen? Nein, das glaube ich nicht, weil es geht gerade alles. Okay, ich sollte nur Nein sagen. Nein, 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 nein. Du kannst auch gerne ausdrücken. Wollte ich nicht abhören. Alles gut, wollte ich auch richtig. Nein, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ich muss mir enthalten, ich weiß es nicht. Nein, das machen wir hier nicht. Nein, das geht, aber keine Schaffung. Nein, Manuel. Dann Jein. Sehr gut. Wirf eine Münze. Man merkt, der Mann hat mal einen Fußballverein. Der weiß, wie man diplomatisch um die Fragen rumkommt. Im Moment schwer vorstellbar, aber wir müssen es abwarten. Mal gucken. Ja. Der spielt nochmal. Hast du dich gerade gesagt, der wechselnste Mensch, der ist ja geleitet. Ja, keine Ahnung. Einer muss ja Ja sagen. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, mein einziger Wildcard ist, Manuel Neuer ist, glaube ich, jemand, also du kannst ihn nur gehen, er geht nicht von selber. Und es trifft bei ihm nicht immer so offen zu Tage, weil er es nicht so lebt in seiner Mimik und Gestik. Aber ich glaube, Manuel Neuer ist ein absolutes Ehrgeizmonster im positiven wie im negativen Sinne. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der mit einer Energie und mit einer Wut im Bauch vielleicht auch arbeitet auf dieses Comeback hin und nochmal daraus eine Energie zieht, die nochmal dazu führen könnte, dass er nochmal zurückkommt. Also das halte ich mir offen. Also Manuel Neuer fletscht die Träne. Uiuiui. Fletscht die Zähne in der Reha. So. Das war eine super Überleitung. Also, Ed Bayern geht weiter zum nächsten Thema hier. Eure Sportshow. Weil es ist ein bisschen viel Bayern. Da haben sich die Themen ein bisschen hintereinander gestaut. Wir wollten eigentlich zur Champions League und zu den nationalen und internationalen Transfers. Und jetzt haben wir es auch. Kingsley Coman avancierte erneut zum Matchwinner der Bayern gegen PSG. Dortmund rang derweil die blaue Milliardentruppe aus London nieder. Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League hatten es aus deutscher Sicht in sich. Auch in der Europa League zeigt die Union Berlin mit dem unentschiedenen in Amsterdam einmal mehr, dass sie bereit für die große Bühne sind. Leverkusen hingegen unterlag dramatisch gegen Monaco. Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ja, die ersten Spiele in den internationalen Wettbewerben sind gespielt. In der Champions League haben die Bayern Spaß, wir reden über Dortmund. Dortmund gegen Chelsea. Die beiden deutschen Mannschaften, die bis jetzt gespielt haben, haben ihr Spiel jeweils mit 1 zu 0 gewonnen. Lass uns mit der Borussia aus Dortmund starten. 1 zu 0 gegen die Millionentruppe aus Chelsea. Manuel, überraschend für dich? Nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Sag jetzt nicht wieder jein. Nein, nein. Drum von der Argumentation nochmal, also wenn man Chelsea so anschaut, wir haben jetzt über 300 Millionen Euro im Winter ausgegeben, um neue Spieler zu kriegen. Das ist noch keine Mannschaft. Man hat das Gefühl, dass da eben noch keine Einheit auf dem Platz ist. Die Abläufe sind noch nicht klar. Das ist ein Haufen. Ja, da ist noch ein Haufen. Das sieht man in der Premier League genauso. Man muss aber auch richtigerweise in dem Spiel sagen, dass sie wirklich viele Chancen hatten und Kobel hinten überragend gehalten hat. Insofern, das wird echt ein Brocken auch fürs Rückspiel und da kann man nicht genau sagen, wie es ausgeht. Aber ich finde, sie haben Chelsea im richtigen Moment erwischt, wo sie noch nicht stabil waren. Wir haben gerade über Kobel schon gesprochen. Du sprichst auch nochmal an. Ist er für dich aktuell vielleicht sogar der beste Keeper in der Fußball-Bundesliga? Ich hatte ihn sogar in Augsburg mal. Wahrscheinlich wissen das die meisten gar nicht. Von Hoffenheim hatten wir ein halbes Jahr ausgeliehen. Da war er noch relativ jung und der hat sich super entwickelt und ich finde aktuell ist er wahrscheinlich sogar der beste deutsche Torwart, den wir haben. Deutsch-sprachige Torhüter. Deutsch-sprachige Torhüter. Ja, genau. Schweizer. Ja, spielen so viele Schweizer Keeper bei uns. Ja, Schweizer sind ja relativ viel, genau. Niklas, Dortmund, die Chancen zum Weiterkommen. Karim Adeyemi wird sehr wahrscheinlich im Rückspiel fehlen. Weiß man noch nicht ganz genau. Das ist ein Rückschlag, definitiv, aber ich glaube, die Chancen stehen trotzdem ganz gut. Klar war Glück dabei im Hinspiel und Chelsea hat viel, viel liegen lassen hinten raus, aber hier greift dann wirklich auch das Thema mit dem, ist es ein Haufen oder ist es ein Team? Es ging jetzt relativ viral, ein paar Sekunden Clip aus dem Spielertunnel vom Spiel Chelsea gegen Southampton, glaube ich. Man muss nicht in alles so viel reininterpretieren, aber da kommt Chelsea raus, Aspilicueta, der ja einer noch vom alten Eisen ist, von der alten gerade, von der Abramovic-Zeit, kann man fast sagen, der versucht, die Spieler so ein bisschen heiß zu machen und es ist keine Reaktion da. Niemand reagiert, jeder ist so ein bisschen für sich und es sah sehr, sehr tot aus. Und wie gesagt, ich möchte das nicht überbewerten, aber diese Chelsea-Truppe, da schaue ich drauf und ich sehe da einen Haufen von individuell klasse Spieler, die aber in keinster Art und Weise nennenswert ineinander greifen, die ich so noch nicht bedrohlich finde und ich glaube auch, gerade in so einem K.O.-Spiel, wo es dann wirklich auch im Endeffekt um Kleinigkeiten geht und hinten raus vielleicht auch um mannschaftlichen Zusammenhalt, da sehe ich einfach bei Chelsea noch nicht so wahnsinnig viel. Also das ist keine Mannschaft für mich, da ist viel Stückwerk und das kann reichen, weil die individuelle Qualität so hoch ist, aber rein im Teamvergleich, was die Harmonie angeht, was wie das Team funktioniert angeht, habe ich Dortmund eigentlich vorne. Würde ich dir zustimmen? Seht ihr Dortmund auch im Filofinale? Ja, ich stimme ihm zu, ich glaube Chelsea hat den großen Fehler gemacht, so ein bisschen Best Available zu kaufen im Sommer und im Winter. Mutrik war der wohl mit Quarazkelia und Leao gehypteste Außenspieler. Ein Kunku wahrscheinlich auch einer, ich meine, ein Kunku musst du vielleicht mit der Leistung holen, aber passt er wirklich? Braucht Chelsea ihn? Joao Felix war vielleicht der beste Leihspieler, den du hättest bekommen können im Winter. Sie haben sehr viel Best Available gemacht und wenig geschaut, wo brauchen wir wirklich Verstärkung? Und das sieht man eben jetzt. Also ich habe mir die Spiele in den letzten Wochen angeschaut. Ich war eigentlich ein Fan von Graham Potter. Ich glaube, er hat sehr, sehr guten Fußball mit Brighton gespielt und ist auch immer noch die Basis, warum Brighton so gut ist, wegen Potter. Aber er hat Probleme und ich habe so ein bisschen bei Twitter die Chelsea-Fanbase verfolgt. Die Kritik wird immer, immer lauter und ich glaube, jetzt, wir reden ja immer darüber, Trainer sollten nicht mehr unbedingt Profis gewesen sein, um Trainer zu sein. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Aber man sieht an den Fällen wie Potter oder Nagelsmann, dass es eben in der Vergangenheit schon Gründe gab, warum es so gemacht wurde. Weil eben ein Trainer, der nie Profi war, wie Zidane zum Beispiel, der hat eben einfach eine, ja, nicht so viel Puffer. So, der Respekt ist dann vielleicht nicht so groß und ich glaube, dass er fährt Potter gerade. Der Druck in Chelsea ist ein ganz anderer, als er in Swansea war, als er in Schweden war, bei Oesterson, und als er jetzt bei Brighton auch war. Und ich glaube, das könnte ein Problem werden und ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass er im Sommer noch Trainer ist bei Chelsea. Da sind ja jetzt wieder Cousin-Namen wie Zidane, ich habe sogar André Villas-Boasch wieder gehört, wäre ganz wild, aber... Manuel Baum vielleicht auch auf dem Markt? Zum Beispiel, ja. Würdest du machen, Chelsea? Lass mich mal überlegen. Ich glaube schon. Würdest du den TikTok-Content dann auf Englisch umstellen? Ich würde dann zweisprachig wahrscheinlich machen. Ja, guck mal. Das ist schlau. Wo siehst du, Manuel, aktuell die Probleme beim FC Chelsea? Ja, wir haben sie jetzt ja gerade angesprochen. Wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen anschaut. Lone Army, ich glaube, das ist ein Begriff, was man mit Chelsea verbindet. Was da noch an Leihspielern überhaupt im Hintergrund sind, das soll ja jetzt im Sommer reguliert werden. Das heißt, es werden mit Sicherheit ein paar Spieler billig zu haben sein. Wenn ich mir anschaue, für wie viel die Spieler über dem Transfermarkt Wert holen. Also Enzo Fernandes, also laut Transfermarkt 55 Millionen, zahlt haben sie 121 Millionen. Also es ist schon verrückt, was da gerade passiert. Und ich stimme da total zu. Die schauen wahrscheinlich extrem auf Fußball, spezifische Qualität, was sie gerade holen. Aber da kommt das andere wieder dann zu tragen. Es reicht halt nicht aus, die besten Spieler zu holen. Du brauchst, das muss ja zusammenpassen. Und das ist da, finde ich schon eine große Herausforderung. Das passt bei Ihnen im Moment überhaupt nicht zusammen. Aber wenn ich Havertz und Schauer Felix anschaue, in meinen Analysen, teilweise ist es echt schwierig, die auseinanderzuhalten, weil die von der Größe gleich ausschauen, von der Bewegung gleich ausschauen. Die suchen die gleichen Räume und irgendwie hat man dann das Gefühl, die stehen sich dann gegenseitig auf den Füßen mit der Qualität, die sie haben. Das ist nicht homogen, authentisch, wie man es auch immer nennt. Unabhängig davon, ob Dortmund jetzt weiterkommt oder nicht, ich finde erst mal die Tatsache großartig, dass jetzt insgesamt mit Union und Leverkusen sechs deutsche Mannschaften international vertreten sind und konkurrenzfähig sind. Während die Bundesliga, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, oder wir lesen es permanent, zweieinhalb bis drei Milliarden Euro einsammeln will, um möglicherweise auch im Winter noch mehr shoppen gehen zu können, so wie Chelsea oder andere Klubs, finde ich es halt super, dass es gelingt, einfach konkurrenzfähig zu sein, mitzuhalten und über Leidenschaft Chelsea zu schlagen, die in der Tat Hochkaräter hätten, die hätten vier, fünf Dinger machen können oder sogar müssen. Und das finde ich ist einfach eine super Tatsache, die einfach zeigt, dass man ganz viel jetzt scheinbar doch wieder mit einfach einem guten Teamgefüge, mit den richtigen Charakteren, mit einem guten Scouting schaffen kann und konkurrenzfähig zu sein. Darüber freue ich mich am meisten, wenn sie am Ende ins Viertelfinale kommen und hoffentlich noch ein paar andere deutsche Klubs. Wir freuen uns jetzt auf Frankfurt, Neapel, auf Leipzig noch. Es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wandert alles zu The Zone und Prime, dann ist die Alternative, vielleicht wir gucken einfach gar keine Champions League, bevor wir das mitmachen. Jetzt sage ich wieder, Alter, ich ertappe mich selber dabei und ich denke, ich muss, scheiße, ich muss Dienstagabend jetzt doch gucken, auch wenn es wieder Geld kostet, aber es ist einfach so. Der Wettbewerb ist attraktiv und dazu tragen die deutschen Mannschaften eben bei und das freut mich total, dass es eben nicht nur darum geht, im Winter schnell mal ein paar Einkäufe zu tätigen, denn das ist der Eindruck, den ich auch habe, die scheinen jetzt deutlich länger zu brauchen, um eine Mannschaft zu sein und deswegen wäre es geil, wenn sie es schaffen, aber ich finde es bis hierhin schon grandios. Empfindet ihr im Vergleich von den deutschen Teams zu den englischen Mannschaften vielleicht auch so eine gewisse Genugtuung? Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nie irgendwie, in meinem Leben Dortmund noch nie die Daumen gedrückt, das wird auch nicht passieren. Wird Zeit. Nee, wird nicht passieren. Los. Aber wenn ich mir jetzt rein die Transferbilanzen anschaue, vor allem im Winter, Dortmund holt irgendwie für ein paar Zerquitsche Millionen Reherson, weil sie da Bedarf haben, Chelsea holt zwei neue Mannschaften. Also selbst als Schalke-Fan erwische ich mich dann teilweise doch, dass ich sage, ja, ist vielleicht nicht so verkehrt für den deutschen Fußball. Habt ihr da auch mittlerweile vielleicht, wir werden da gleich nochmal drüber reden, über die Investorenfrage, spürt man da auch so ein bisschen Stolz vielleicht auch auf die Bundesliga, auf das, was wir, ich nehme jetzt das große Wir in den Mund, was wir da international aktuell fabrizieren? Lassen Sie uns noch ein paar Wochen warten und dann gucken, die Rückspiele abwarten, weil vielleicht fragt man sich zu früh. Aber wir sind ja hier für die Euphorie. Die ist erstmal da, die ist erstmal da und es ist auf jeden Fall genug tun dabei, gerade im direkten Duell gegen englische Mannschaften. Ich muss sagen, bei Leipzig gegen City würde ich mir eine Option wünschen, wo beide rausfliegen, die wird es nicht geben. Aber abseits davon, ich übertrage, ich gehe sogar aus der Bundesliga raus. Milan hat Tottenham geschlagen und ich habe mich auch super gefreut. Ich bin dann an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich freue mich über jede englische Mannschaft, die international im direkten Duell gegen eine nicht englische Mannschaft verliert. Das bereitet mir große, große Freude, weil ich finde, in England und im englischen Fankos ist eine Hybris mit dabei und eine abschätzige Art und Weise auf den Rest von Fußballeuropa zu gucken, der für mich einfach so ein Gefühl weckt von, ja, schon Schadenfreude, wenn es dann eben nicht läuft. Jetzt hattest du Niklas ganz kurz davor zu sagen, erst mal abwarten, weil das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, aber das übernehme ich dann jetzt einfach, weil selbst ich, der die Premier League sehr, sehr gerne guckt, einfach wegen der sportlichen Qualität und dem taktischen Anspruch, der da einfach herrscht, gucke ich einfach sehr gerne, aber selbst ich kann mich natürlich nicht davon freimachen, das irgendwie, ja, als gewisse Komik zu betrachten, dass irgendwie Chelsea und Paris Saint-Germain gegen den Ball in 4-4-2 im tiefen Block spielen und auf Konter hoffen. Also das ist so überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle bei Mannschaften, die irgendwie einen Milliarde Marktwert haben oder was weiß ich wie viel. Aber trotzdem, da hatte Niklas eben angefangen, müssen wir aufpassen, weil bei Paris hattest du jederzeit das Gefühl, ey, wenn einer dieser tiefen Bälle durchbricht oder als Mbappé dann reinkam, da kann schnell mal ein Tor fallen. Wenn wir jetzt Paris' Offensivstärke, ich glaube gestern war es, gesehen haben, die können immer wieder ein Tor schießen, einfach mit einer brutalen Einzelleistung. Und ich glaube, bei Chelsea haben wir es auch gesehen. Es war jetzt nicht so, dass Dortmund hoch überlegen war in diesem Spiel. Also es kann beides noch kippen, trotzdem würde ich es natürlich auch gerne sehen, wenn Bayern und Dortmund in der Champions League weiterkommen. Wir haben es gerade schon einmal kurz angeklungen, RB Leipzig, Chancen gegen Manchester City? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich gucke in viele leere Gesichter hier. keine Hoffnung? Naja, man hat zum Beispiel das Spiel Man City gegen Tottenham, wo Tottenham gegen Man City ja gewonnen hat. Kann man schon mal so ein bisschen als Benchmark, also so würde ich immer als Trainer machen. Ich würde mir Spiele anschauen, wo ich sage, okay, vielleicht haben es Mannschaften geschafft, das ein oder andere zu unterbinden. Und du musst halt Haaland definitiv aus dem Spiel rausnehmen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Und Haaland ist ja für Man City Fluch und Segen. Natürlich bombt er ein, ohne Ende. Aber irgendwie drückt er jedem Spieler, der eine brutale Qualität hat, sein Spiel auf. Aber ich glaube, was halt etwas abgeht, dass halt die Bräune auf eine andere Art und Weise jetzt nicht mehr so vielleicht stattfindet, halt wieder vor. Aber wenn du den Faktor halt schon rausnimmst, das ist schon mal was. Und was man halt bei Leipzig nicht unterschätzen darf, finde ich, dass die halt was wegrennen können und was wegsprinten können, wie fast keine andere Mannschaft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen, ist eher gering, würde ich jetzt mal sagen. Frankfurt gegen Neapel, den aktuellen italienischen Tabellenführer, super in Form. Ozy Mann und Quaraz Gilia, vielleicht das spannendste Duo aktuell im Weltfußball? Gibt es für Frankfurt vielleicht eine Chance? Ich fange mal wieder bei Krögi an. Ja, muss ich jetzt wieder mit einem Wort antworten? Nee, jetzt darfst du wieder ausführlich. Also zu dem Duo, ultra spannend, also wie die beiden sich auch ergänzen, brutal und mit einem Tempo und was die da in Italien fabrizieren, ist wirklich beeindruckend. Und wir beide werden vor Ort sein, unser Spiel anschauen und ich freue mich natürlich auch auf die... Frankfurt oder Neapel? Nee, jetzt in Frankfurt. Morgen. Und ich freue mich natürlich auf die Stimmung im Stadion und auf Frankfurt, aber ich freue mich auch die, ja, die Neapel-Spieler oder dieses Neapel-Team, was einfach eine der besten Mannschaften Europas aktuell ist, live zu sehen. Das wird sehr, sehr schwer, die zu stoppen, aber wenn wir von Benchmarks sprechen, dann würde ich mir aus Eintracht sich das Spiel von Inter angucken, wo Neapel plötzlich überhaupt nicht stattgefunden hat oder die Offensive nicht stattgefunden hat. Also ich glaube nicht, dass Neapel unschlagbar ist, gerade für die Eintracht. Wir kennen sie in K.O.-Wettbewerben, da wachsen die auch gerne mal über sich hinaus, aber es wird sehr schwer. Marius, glaubst du an ein weiteres Eintrachtswunder, kann man das sagen? Ja, ich würde es nicht ausschließen, nochmal auf Neapel zu sprechen. Das Verrückte ist ja, sie haben so lange jetzt gewartet, endlich die Meisterschaft zu gewinnen und mit Insigne und Mertens hatten sie wirklich diese zwei Spieler, die über Jahre Neapel geprägt haben und sie haben es nie geschafft, diesen letzten Schritt zu machen, waren sehr nah dran damals unter Sarri und dann gehen die beiden Legenden weg, Mertens und Insigne in einer Saison und dann plötzlich, es sieht ja sehr danach aus, dass sie es schaffen, ich glaube, der Vorteil für Neapel ist, dass sie nicht rotieren müssen oder irgendwas, wir sind in der Liga so weit vorne, ich glaube, da sind wir uns einig, das sollte nicht mehr schief gehen, ich glaube, Inter ist zu weit weg. Deswegen wird es schwierig für Frankfurt. Ich glaube, wenn Neapel auf beiden Hochzeiten noch tanzen würde, komplett spannende Meisterschaft, dann würde der Fokus, glaube ich, auf der Meisterschaft ganz klar liegen, da sie da jetzt so weit vorne sind, können sie, glaube ich, auch in Europa relativ Feuer frei lassen und dann wird es schwierig. Ich traue den Frankfurtern das zu, sie haben eine super Offensive und sie sind langsam auch in der, man kann von Frankfurt mittlerweile von der Spitzenmannschaft sprechen, zumindest mal eine etablierte, bei Union und Freiburg muss man vorsichtig sein, aber Frankfurt für mich mittlerweile wirklich eine Mannschaft, ich sage, die sind konstant, aber es könnte ein geiles Offensivspektakel werden, jetzt wird es 0-0, aber ich hoffe auch auf ein gutes Spiel. Also ich erwarte Frankfurt selbst gar nicht so offensiv, also ich finde, Frankfurt sind eigentlich so ein bisschen Masters of Low Block, also wenn man das Spiel gegen Bayern gesehen hat, dieses 5-4-1, was sie aufgezogen haben, die Räume ultra eng gemacht, gar keinen Platz angeboten, in der Tiefe hinter die Kette zu kommen, so richtig und dann eben aus dieser Kompaktheit heraus Spieler gehabt, wie Kolomuani, wie Lindström, die halt eben, wenn dann Platz hinter der gegnerischen Defensive ist, die vielleicht sich weit rausziehen lässt mit der Zeit, da dann reinstoßen kann und ich glaube, das würde auch der Weg gegen Neapel sein, gar nicht sich einlassen wollen auf einen offenen Schlagabtausch, sondern so ein bisschen den Druck absorbieren und dann darauf vertrauen, dass man mit seinen schnellen Leuten vielleicht in gefährliche Umschaltmomente reinkommen kann und da sehe ich, auch wenn Neapel der Favorit ist, schon die Chance, dass Frankfurt da in ein paar Sequenzen reinkommt, die dann auch wehtun können für Neapel. Manuel, du wolltest sowieso was sagen, dann brauche ich gar nicht fragen. Woher weißt du das? Ja, weil du so... Achso, okay. Im Endeffekt, der große Vorteil, finde ich, von Frankfurt ist, dass die sich im Vergleich zu dem, wie sie in der Liga spielen, bei internationalen Spielen nicht umstellen müssen. Meistens ist es ja so, dass Mannschaften, die in der Liga sehr dominant sind, eine andere Art und Weise dann an den Tag legen, wenn sie gegen Topmannschaften spielen. Sprich, die können mit der gleichen Haltung, mit der gleichen Ausrichtung in das Spiel gegen Neapel reingehen und dann genau das, was jetzt hier gerade beschrieben wurde, dann auf den Platz bringen. Und was ich gestern zum Beispiel auch total spannend fand, wenn man sich das Wochenende jetzt so anschaut, wie unfassbar flexibel vorn Götze, Mourni, Linztrim teilweise spielen. Man hat ja immer so die Grundordnung vor Augen, einer steht vorne drin, einer links und einer rechts. Wie brutal flexibel die das interpretieren und wie der Trainer das auch zulässt. Und einer, der aus meiner Sicht viel zu wenig positiv kommuniziert wird, ist so, dass der da auf der Sechser-Position stabilisiert, wegrennt, wegmacht, ist unglaublich. Aber nochmal, ich denke, sie haben eine Chance, die ist nicht allzu groß, vor allem, weil sie sich im Vergleich zur Liga nicht anpassen müssen. großartige Leben, was sie machen. Haben wir bei Frankfurt und Neapel so ein bisschen das Duell der Upcoming-Spieler vielleicht für die nächsten Jahre, Quarazke ja auch Ossiemann noch nicht so alt. Colomuani, du sprichst ihn an, ist der für euch vielleicht mit das aufregendste Talent aktuell im Weltfußball? Ich meine Talent, ich glaube 24 ist er, aber ist jetzt bei Frankfurt richtig durchgebrochen. Ist schon vielleicht ein Transfer, wo man dann wieder im dreistelligen Millionenbereich unterwegs ist? Kann sich scheinbar die Vereine auch suchen, ab Sommer. Wie ist denn die Vertragssituation? Weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich ist das... Müsst du noch ein bisschen haben. Man kann über alles reden, ein dreistelliger Millionenbetrag, da wird man dann schon mal... Enzo Fernandes hat ein halbes Jahr bei Benfica gespielt und er wurde verkauft. Aber es ist der heißeste Transfer, absolut. Also ist der Wahnsinn, der Mann. Colomuani-Fan? Ja, also, das ist halt ein so unterhaltsamer Spieler, der dich eigentlich nur mitreißen kann. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon von 100 Millionen sprechen, vor allem, ob jemand aus der Bundesliga dann nach einem Jahr schon 100 Millionen Euro kosten sollte, ist auch nochmal eine Frage für sich, aber... Wenn die aus der portugiesischen Liga auch 120 kosten? Aus der ukrainischen Liga? Ja, absolut fair. Wenn Chelsea den kauft, dann wird er wahrscheinlich über 100 Millionen kosten. ist natürlich ein absolut fairer Punkt. Also niemand aus der ukrainischen Liga sollte so viel kosten. Also ja, kann er schon werden, wenn er in die Premier League wechselt. Und das Talent hat er allemal und bei ihm finde ich das Alter auch fast ein bisschen irrelevant, weil er ist halt vorher nicht so richtig entdeckt worden. Wurde er gespielt bei Norton. Also... War auch schon ein gutes Gora gesammelt. Ja, natürlich, aber auch erst später und Spätzünder. Und es gibt ja auch einige Weltklasse-Spieler, die dann erst mit Mitte, Ende 20 so richtig ihr Level erreicht haben. Und wer weiß, was da noch möglich ist. Also ich kann nur den Leuten zustimmen, weil da muss man ja auch... Da guckt ja jeder drauf und sieht offensichtlich, dass der Spieler sehr, sehr gut ist. Also was soll man da groß zu sagen? Wenn wir jetzt den Vergleich nur ziehen wollen, den sehen wir hier nicht so wahnsinnig viel, aber was so Neuner angeht, wirklich ein Neuner, ist für mich fast, also Haaland ist ja bei City geparkt, Viktor Oschimann mit das Beste, was der Fußballer gerade zu bieten hat. Und da, glaube ich, wird es ein richtiges Hauen und Stechen im Sommer drum geben. Und Napoli ist einer der schwierigsten Verhandlungspartner, die es gibt, weil hier De Laurenti ist wirklich... Der lässt die Vereine bluten, die da Interesse haben. Was ich so absolut finde... Wie genau erläutert das kurz einmal? Wie bitte? Wie genau lässt er bluten? Ja, einfach... Also der ruft einfach Preise auf und die kannst du zahlen und wenn du nicht zahlst, dann kriegst du den Spieler halt nicht. Das ist ganz einfach da. Hört sich simpel und gut an, tatsächlich. Ja, und das wird hier auch der Fall sein, glaube ich. Also bei Oschimann, glaube ich, reden wir auch über einen dreistelligen Millionenbetrag. Und der wird auch, glaube ich, fließen, weil der Spieler ist zu heiß, der ist vom Profil her zu spannend für viele Vereine. Ich glaube, das wird kommen. Was mich so sehr wundert ist, dass dieser Mensch mal beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand. Danke. Ja, hier. Danke, Garten-Sprechpartner. Vielen Dank. Und das möchte ich wirklich ganz kurz erzählen, weil es war heute wieder zu lesen, glaube ich, dass Jörg Schmackke sich heute noch fragt mit Marcel, was haben wir damals getan? Ich war ja im April, bin ich in den Verein gekommen, April 18, wir waren im Abstiegskampf und Bruno hat immer gesagt, ich habe hier null Tore stürmen, inklusive Oschimann. Und dann gab es ein Testspiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ich glaube, gegen einen Zweitligisten auf dem kleinen Trainingsplatz. Ich komme hin, weil wir noch nicht mal wir waren zugelassen, Marcel kommt mir entgegen und ich sage, und 4-0 gewonnen und die Tore alle Oschimann. Ich so, was? Ja, der hat alle vier gemacht, aber der ist weg. Ja? Ja, der ist jetzt weg. Wir haben leider vorher entschieden, dass er weggeht. Also, das war unglaublich. Der hat, der hat, ja, Autsch, schade. Also, das war, das waren nochmal so Momente, wo ich gesagt habe, das gibt es doch gar nicht. Echt, der hat alle vier gemacht. Ja, der hat alle vier gemacht, aber es ist leider zu spät, der fährt jetzt gleich Richtung Belgien oder irgendwo hin. Und das war wirklich damals echt nicht anzunehmen, weil er war zur falschen Zeit, am falschen Ort, möglicherweise total isoliert, in so einer Phase, in der so eine Unruhe im Klub ist, hat sich niemand wirklich um ihn gekümmert. Der ist einfach so ein bisschen durchs Rost gefallen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also möglicherweise echt ein 80, 60, 80 Millionen Irrtum. Ja, das, was mit De Bruyne und Perisic möglicherweise ganz gut funktioniert hat, 2015, hätte hier auch klappen können. Aber es war einfach damals so nicht absehbar, auf einem Rebbejahr scheinbar ein Händchen hatte, ich glaube für dreieinhalb Millionen irgendwie geholt. Brutal. Und die war, also heute, ja, darf man nochmal ein Tränchen wegdrücken und die haben es jetzt nochmal bestätigt und gesagt, ey, wir hätten es nie für möglich gehalten, dass der so zündet. Und jetzt ist er, ja, da angekommen, wo es keiner in Wolfsburg für möglich gehalten hätte. Aber auch das hat ja ein bisschen gedauert, muss man fairerweise sagen. Er hat zwar 80 Millionen gekostet, aber, und er hatte auch immer wieder irgendwie was aufblitzen lassen, hatte auch viel mit Verletzungen zu tun, aber auch bei Neapel hat er ja ein bisschen gebraucht, um dann jetzt so eine Performance hinzulegen. Ja. Dann haben wir zu der Champions League und Europa League Thematik noch zwei Twitter-Fragen, die wir natürlich gerne einmal einblenden wollen und die ja auch in die Sendung einbinden. Mal kurz nach vorne, ich lese das Ganze wieder vor. Das ist früher auch immer in der Schule gemacht, damit die Noten ein bisschen hochgepusht, war mein Spezialgebiet. Was passiert mit Nagelsmann, wenn er die Champions League gewinnt, aber in der Bundesliga nur Zweiter oder Dritter wird? Ach guck mal, den kenne ich. Hertha-Fan. Ja. Ja, den kenne ich von Twitter. Guter Mann. Kennst du ihn auch? Der Mann mit dem Selke-Trikot. Ja. Ja, kenne ich. Uh, Fame. Was soll passieren? Gar nichts. Gar nichts. Also wenn er die Champions League gewinnt, passiert gar nichts. Dann bleibt einfach Bayern-Trainer. Absolut, war auch mein erster Gedanke. Also was soll da passieren? Die Champions League ist, glaube ich, auch für die Bayern nochmal ein gutes Stück mehr wert und auch wenn das bei Bayern keiner hören will, ich glaube, auch die haben Interesse daran, dass die Bundesliga dann doch nochmal wieder ein bisschen an Attraktivität gewinnt, weil es einfach auch gut für das Produkt ist, indem man selber unterwegs ist und wenn du dafür dann die Champions League gewinnst, all good. das Premium-Produkt Bundesliga sucht nach der zweiten Twitter-Frage. Gerne einmal einblenden. Und zwar hier die Frage, ja, Namen, irgendwas, nee. Oh, das ist ein kleiner Test für dich jetzt. Ja, irgendwas mit Blue auf jeden Fall, auf jeden Fall liebe Grüße. Braucht Leverkusen einen neuen Torwart oder sollen sie mit Lukas Radetzki in die neue Saison gehen? Radetzki, keine gute Saison, ne? Einige Patzer drin gehabt. Bei Leverkusen, also bei Werksklubs bin ich grundsätzlich, habe ich nichts zu erzählen. Ich weiß ja nicht, bin ich nicht im Thema. Lukas Radetzki, helf mir, helf mir, ich habe keine Ahnung. Ist das das größte Problem bei Leverkusen? Ich glaube, Leverkusen hat deutlich größere Probleme. Also wenn ich da auf die Spieler schaue, die in der Abwehr rumlaufen, die in einer, ja, sorry, komm, nenn Namen. Da sind Jungs dabei, die sind hoch veranlagt und die haben athletische Anlagen und auch Anlagen mit Ball am Fuß, die wirklich klasse sind. Aber eine der wichtigsten Eigenschaften, finde ich, für einen guten Verteidiger, vor allem Innenverteidiger, ist einfach Konsistanz und fehlerfreies Spiel. Und das trifft in meinen Augen, das trifft auf Tarn nicht zu, das trifft auf Kussonu nicht zu, auf Hinkapier nicht zu und auf Tabsoba eigentlich auch nicht. Die haben keinen einzigen Innenverteidiger, den ich wirklich als über einen längeren Zeitraum stabil bezeichnen würde. Und für mich ist der Torwart nicht das erste Problem. Hat sogar, glaube ich, jetzt gegen Mainz ein paar sogar ganz gut gehalten. Mehr kann ich zu Radetzky nicht sagen, aber für mich sind andere Spieler da eine deutlich größere Baustelle. Und ein paar Tage vorher quasi Embolo, nee, sich selber einen reingelegt. Also er hat schon viele Patzer und ich finde, das passt so. Also als du gerade die Abwehrspieler beschrieben hast, habe ich gedacht, plus Radetzky, weil es ist genau das Gleiche mit ihm. Also der fischt manche raus mit seinen herausragenden Reflexen, aber hat diese Saison einige Schnitzer mit dabei und das Monaco-Spiel war auch nur nochmal irgendwie ein Beweis dafür. Also ich finde, er reiht sich damit ein und ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass man da vielleicht mal einen kleinen Umbruch haben sollte. Nicht nur auf der Torwartposition, aber auch da. Also auch Ende in Sicht in der Europa League für Bayer 04 Leverkusen? Das würde ich noch nicht sagen, weil das war eine sehr, sehr, sehr unglückliche Niederlage gegen Monaco. Also gerade, ich glaube, das war es 3-2, was ein absolutes Traumtor vom Innenverteidiger aus 20 Metern war. Das ist halt super ärgerlich. Es dürfen halt nicht solche Fehler passieren, wie Radetzky dann da vor dem, weiß ich nicht, welches Tor es war, 1-1 oder 1-0. Sowas darf halt nicht passieren und mit Witz in der Offensive sieht man auch wieder die Qualität, die sie nach vorne haben. Aber die Abwehr lässt einfach zu viel los. Trotzdem in der Europa League sind sie definitiv noch nicht raus. Also die Frage, ob Witz und Konsorten da vorne vielleicht genug retuschieren können, ist jetzt wieder fast bei 100 Prozent und hat ja seine Klasse absolut gezeigt, auch wieder in der Europa League. Florian Witz. Ja, also hat er. Also Florian Witz ist, aber für mich auch über jeden Zweifel er haben. Also ich finde, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, als er noch verletzt gewesen ist. Aber wenn wir über die größten Talente Deutschlands reden, dann darf man nicht einmal Brusialer sagen, ohne auch Florian Witz zu sagen. Und das gilt für mich weiterhin. Statement an der Stelle. Dann wollen wir als nächstes noch kurz über die Transfers national wie international sprechen, beziehungsweise weil wir das schon so ein bisschen abgearbeitet haben. Der FC Chelsea ist ein omnipräsentes Thema in den letzten Wochen. geht es als nächstes um die Bundesliga, die vielleicht unter anderem vor einem Investoreneinstieg steht. Die Zahlenspiele sind vorbei. Das Wintertransferfenster geschlossen. Begleitet wurde das große Shoppen aber erneut von vielen Nebengeräuschen. Chelsea investierte mehr als die gesamte Bundesliga. Manchester City wurde wegen möglichen Financial Fairplay-Verstößen von der Premier League verklagt. Und als wäre das noch nicht genug, steht die Bundesliga anscheinend Investoren offen gegenüber. Wie sehr schaden City und Chelsea der Liga? Das und mehr jetzt bei Ed Broski. Investoren in der Fußball-Bundesliga. Sehen wir vielleicht demnächst in nahe oder weiter Zukunft vielleicht das Gleiche, was wir in England beobachten können. Einzelne Personen, Firmen, Verbunde besitzen teilweise Vereine. Würdet ihr das in der Bundesliga begrüßen? Gab ja jetzt auch noch letztens durch Uli Hoeneß wieder so einen kleinen Anstoß in der 50 plus 1 Diskussion. Also ich glaube, es geht ja da vor allem erstmal um Investoren, was die DFL angeht. Also noch nicht das Kippen von 50 plus 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Bis dahin ist es zum einen noch ein langer Weg, glaube ich, hoffe ich. Zum anderen ist natürlich England das beste Beispiel dafür oder das beste Argument dafür, es nicht zu tun, weil du machst die Liga auf für Investoren. Es kommen Investoren aus Regionen, die man als schwierig betrachten darf, aus vielerlei Hinsicht. Ich meine, bei Manchester United spricht man jetzt immer ein Investment von Katar und wir brauchen jetzt nicht überrascht sein, dass da dann auch vielleicht mal mit Mitteln gearbeitet wird, die nicht ganz im Rahmen des Regelwerks sind. Und ich glaube, gerade diese Fälle, also das, was Chelsea im Winter gemacht hat und das, was jetzt auf Manchester United wartet, beziehungsweise was sie schon wohl gemacht haben, nämlich diese Regelverstöße, was habe ich gesagt? United. Nee, City natürlich. Diese Regelverstöße kommen ja eigentlich alles andere als überraschend und ich glaube, das ist das beste Beispiel dafür, um zu sagen, nee, sowas wollen wir in der Bundesliga nicht haben. Manuel, wärst du weiteren Investoren in der Bundesliga offen gegenüber gestimmt? Die Frage, was passiert denn, wenn wir es aufmachen? Wahrscheinlich wird das ganze Geld in Spielereien gehen, also in die Transfers, die Gehälter werden wieder steigen. Vom Grundsatz her finde ich es gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Geld hätte, aber halt zweckgebunden, wenn das möglich ist. Also zum einen natürlich in Investitionen, was Infrastruktur angeht, in Investitionen, was Nachwuchs angeht. Ich glaube, der Fußball hat eine hohe soziale Verantwortung. Ich weiß nicht, ob man da auch Geld dafür hernehmen könnte, in soziale Projekte dann reinzustecken, das heißt, die Mittel irgendwo zweckgebunden zu verwenden. Was wird passieren? In Deutschland wird sich eines verändern, wenn Investoren reinkommen, dass der Gap zu Bayern München, der jetzt ja gerade im Moment geschlossen ist, noch kleiner wird. Deswegen kann ich mir national nicht vorstellen, dass das ein Motiv ist bei Bayern, sondern eher international, weil die halt dann das Gefühl haben, mit mehr Geld können sie international besser wirken. Aber nochmal, wenn man es zweckgebunden integrierend in das deutsche System, warum sollte man dann einfach nicht sagen, man öffnet es? Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Sven, wärst du dem Ganzen auch offen gegenüber gestimmt? Ich finde, man muss grundsätzlich, was du gesagt hast, immer offen sein, wenn es um Kapital zu vorgeht, also mehr Geld sozusagen in die Liga zu bringen. Und die Frage ist in der Tat, genau, wie sieht das Modell aus? Das Beispiel Windhorst hat ja gezeigt, dass, was ist hier passiert, die 375 Millionen sind irgendwie verblasen worden, vor allem in den Kader, irgendwelche Altlasten und im Prinzip ist es jetzt so, dass eigentlich die Folgegeneration oder die Nach-Windhorst-Ära den Preis bezahlt, weil jetzt einfach ein Gehaltsvolumen entstanden ist, möglicherweise bei der Hertha, die den Menschen, die jetzt den Verein führen, noch viel Freude bereiten wird. Das heißt, man hat im Prinzip einen Kader aufgebläht, was die Kostenseite betrifft und deswegen finde ich auch, muss man darüber reden, wie das Geld verwendet wird und dann finde ich, ist es absolut legitim und richtig, darüber zu sprechen. Es ist kein 50 plus 1, also lass uns schauen, wo kommt das Geld genau her, wer sind die Kapitalgeber? Letzte Woche, glaube ich, im Kicker wurden einige Investoren genannt, da sind schon zwei, drei bei, wo ich sagen würde, oh, ob das so richtig gut ist für die Bundesliga, also man muss sich genau anschauen, wer führt das Kapital zu, wie wird das eingesetzt und ich glaube, dann ist es durchaus legitim, darüber nachzudenken, gleichzeitig aber auch hier merkt man, wie schwierig es ist, eine ganze Liga, im Ende sind es ja sogar 36 Profiklubs abzuholen und auch das ist möglicherweise hier schon nicht richtig gut gelungen am Anfang oder jetzt in der Diskussion, insofern glaube ich, ist es eine wahnsinnige Herausforderung, da wirklich auch die gesamten Ligen hinter diese Idee zu bringen und ich glaube, da steht die DFL vor einer immensen Herausforderung. Wir hatten gerade noch einen ganz interessanten Beitrag bei uns hier im Twitch-Chat von X. Theo, glaube ich, gerne nochmal reinschreiben, die Nachricht ist jetzt schon wieder weg. Niklas, gerne aber kurz deine ein, zwei Sätze dazu. Wärst du der ganzen Geschichte offen gegenüber gestimmt? Ich kenne deine Antwort, aber ich muss halt fragen für die Runde hier. Also ich habe in der letzten Show, wo ich war, auch schon darüber gesprochen, deswegen möchte ich mich nicht wiederholen, aber von mir ist es einfach ein kategorisches Nein und meine Meinung ist, der Fußball krankt nicht daran, dass wir nicht mehr Geld im Umlauf haben, mehr Investoren und auch in Deutschland nicht, sondern krank daran, dass die Regularien, die wir uns eigentlich selbst auferlegt haben, nicht konsequent umgesetzt werden und ich glaube, es geht nicht um mehr Geld und da spielt jetzt auch meine persönliche Haltung im Grundsätzlichen mit rein, es geht nicht mal um mehr Geld, sondern es geht auch um Verteilung von Geld und faire Verteilung von Geld im Sinne eines fairen Wettbewerbsgedanken und da wiederhole ich mich vom letzten Mal, das wird nicht passieren, weil Eigeninteressen dann meistens doch höher priorisiert werden, national betrachtet vom FC Bayern, aber es gibt für mich so viele Dinge, die beachtet werden müssten, wenn man sich öffnet, also für mich ist ganz wichtig, wie gestalten sich die Ticketpreise, bleiben die erschwinglich, in wessen Hand liegt das, wie teuer die sein dürfen, haben wir dann Deckel drauf, weil wenn man sich Stadionstimmungen in England anguckt, das ist ein Witz gegen Bundesliga-Stadien in meinen Augen, die haben noch gute Auswärtsfans, die mitfahren, aber die Heimstimmung in vielen Stadien ist ein Witz gegenüber Bundesliga, das ist ein Thema, dann brauchst du feste Regularien dafür, woher kommt das Geld, wer sind diese Unternehmen, wer sind diese Personen, was ist erlaubt und was nicht, dann hast du große Einzelfallentscheidungen jetzt, wie legst du das fest, musst du dann von Fall zu Fall selbst entscheiden, sagst du grundsätzlich, Staatshand verbieten wir, wie ist jetzt mit Newcastle, Saudi-Arabien, mit Katar und Manchester United potenziell, weil dann bist du ja irgendwann auch kein Fußball mehr, dann bist du einfach nur eine Bühne, auf der internationale Playerstaaten irgendwelche geopolitischen Machtspielchen austragen und zufälligerweise findet es halt statt im Rahmen von einem Sport, der Fußball heißt, aber es geht für mich so gegen den Gedanken des eigentlichen Sports, dass du mich damit halt nicht abholen wirst. Absolut. Also deswegen, ich kann dem nur beipflichten, am Ende geht es um die Frage, die man sich immer mehr stellt, wem gehört eigentlich noch, wem gehört der Fußball und ich hoffe, der Fußball gehört weiterhin den Menschen, die hier im Raum sind und denen, die auf dem Platz stehen, also die einfach dafür Sorge tragen, dass dieses Ökosystem nur so zustande gekommen ist, wie es heute ist, deswegen muss man da weiterhin extrem vorsichtig sein und deswegen finde ich es so schön, dass wir diese Beispiele haben, wie Clubs jetzt bei uns in der Bundesliga, das ist hervorragend, mit Union Berlin, mit Freiburg, mit Augsburg und einigen anderen, dass man einfach sieht, hier wird gut gearbeitet, vernünftig mit den Mitteln umgegangen und ich glaube, Dirk Zinger hat es auch in einem Interview gesagt letzte Woche, der Erfolg ist am Ende, Erfolg eines Klubs ist am Ende die Nachhaltigkeit und nicht eben nur der kurzfristige Erfolg, kurzfristige schnelle Titel, Spieler groß zu machen und hochpreisig zu verkaufen, sondern wirklich nachhaltig den ganzen Klub zu sehen, bis hin zur Nachwuchsarbeit, Frauenfußball, whatever, einfach die soziale Verantwortung und ich glaube dann, und das meine ich damit, ist Kapitalzufuhr, wenn sie reglementiert ist, wenn sie vernünftig aufgesetzt ist, wer sind die Geldgeber, schon durchaus im Bereich der Sinnhaftigkeit ist, aber die Frage wird sich stellen, 15 Prozent gibt man ab, was bedeutet das, wollen die Mitspracherecht, in welcher Form, insofern glaube ich, grundsätzlich sollte man sich nicht versperren, aber ich bin total bei dir, ich sehe das ganz genauso, gefährlich. Stimmt, Niklas, da alle zu? Also ich würde noch mal eine Sache unterstreichen, die Niklas gesagt hat, oder ihr beide gesagt hat, nämlich die Umsetzung dieser Regularien, weil man könnte ja auch theoretisch, in einer wirklich weltfremden Theorie mit Investoren dafür sorgen, dass eben nicht sowas passiert, was in der Premier League in den letzten Jahren passiert ist, wenn man halt ein richtiges Financial Fair Play hat oder in der Bundesliga 50 plus 1 richtig umsetzt, aber das tut man nicht oder umgeht das oder Vereine umgehen das mehr oder weniger und in der Premier League ist es ja genauso oder generell im ganzen europäischen Fußball, weil du könntest es regulieren, wenn du es richtig konsequent und knallhart umsetzt. Ich bin jetzt schon gespannt darauf, wie Manchester City dann sich da rauswindet und am Ende vielleicht drei Punkte verliert oder so, aber sonst irgendwie keine Bestrafung oder zwei Millionen zahlen muss oder irgendwelche Späße, die überhaupt nicht kratzt. Also du würdest es schon irgendwie vernünftig hinbekommen, glaube ich, wenn du halt dich an deine eigenen Regeln hältst. Ich danke für die Überleitung. Wusste ich. Manchester City, wolltest du noch was, Marius wollte noch. Marius wollte sagen, das ist auch für mich der große Grund, warum ich es nicht öffnen würde, weil wenn uns irgendwas der Fußball gelehrt hat in den letzten Jahren, wenn du es einmal öffnest, dann werden vielleicht am Anfang, es gibt sicherlich gute Ideen, dass du das Geld auch sinnvoll investierst, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleibt. Wenn du einmal öffnest, dann wird es dem Bach runtergehen, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, aber du wirst nie mehr zurückgehen können. Du wirst vielleicht am Anfang Investoren haben, die werden für soziale Zwecke gespäen, da sind regionale Investoren, wo du denkst, okay, hat Sinn gemacht, aber der Fußball ist sehr perfide, wenn es um Geld geht, das sehen wir in England, da war auch, die Investoren vor 20 Jahren sind auch nicht so schlimm wie die heute, das heißt, wenn du einmal die Bundesliga öffnest für Investoren, du kannst nie mehr zurückgehen und ob du das willst, ich will es nicht, es wird irgendwann leider passieren, da bin ich mir sicher, aber mein Problem ist, dass der Fußball mir gelehrt hat, wenn du einmal Geld ins Spiel bringst, du kannst so gute Ideen haben, du kannst alles gut wollen, aber Geld macht die Menschen schlecht und auch den Fußball, also wenn du einmal öffnest, du kannst nie mehr zurückgehen. Manchester United ist das beste Beispiel dafür, die haben Ende der 90er gegen Robert Murdoch, glaube ich war es, der einsteigen wollte, protestiert, die haben gegen die Glazers protestiert und jetzt freuen sie sich darüber, oder nicht alle, aber einige würden sich darüber freuen, wenn Qataris ihren Verein kaufen, also das ist dann wie so eine Lawine, also die immer größer wird. Ja und Manchester City gibt wieder eine Klage gegen sie, stand ja mal im Raum, dass sie für zwei Jahre durchs Financial Fairplay, durch Verstöße, nicht an den internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen, hat sich dann erledigt, ist das Financial Fairplay vielleicht auch einfach tot? Also es ist, wie ich eben gesagt habe, es wird nicht so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte und ich glaube, diese Vorstöße kommen ja von der Premier League, nicht von der UEFA dieses Mal, da bin ich mal gespannt, wie das dann geregelt wird, aber Manchester City war damals so selbstbewusst und hat sich für so unschuldig gehalten, beziehungsweise wussten eigentlich, dass sie keine Strafe fürchten müssen, dass sie einfach weiter Spieler gekauft haben und vom Champions League Geld ausgegangen sind. So überzeugt waren die davon, dass sie keine Strafe bekommen. Also das sagt ja einiges über das Financial Fairplay. Niklas, ihr habt in eurem Podcast 50 plus 2 auch schon über Manchester City und diese neue angehende Klage berichtet. Hol uns da einmal ganz kurz ins Thema rein. Ihr habt auch schon darüber gesprochen. Ja, also für mich ist der große Unterschied zu diesem UEFA-Verfahren, dass bei, da konnte der City vor den Kast ziehen, also vor den internationalen Sportgerichtshof und letztendlich ist das dann dort gescheitert, was die UEFA vorhatte, weil es irgendwo verjährt war, die Vorwürfe an City und jetzt wird aber nach Premier League-Statuten das Ganze entschieden und in der Premier League gibt es keinen Passus, der irgendwie von Verjähren vorsieht. Das heißt, das, was dort denen vorgeworfen wird, das kann nicht verjähren und das ist also schon mal eine Hintertür durch die City, die es mal nicht durchgehen kann und dementsprechend würde ich das Ganze nicht unterschätzen und ich bin grundsätzlich auch mal sehr pessimistisch, was dann auch tatsächliche Bestrafung von großen Vereinen angeht, aber man darf hier auch nicht unterschätzen, die Premier League ist ja auch nur eine Summe ihrer Klubs und ich glaube, United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, die für mich auch so die altarrivierten Großklubs in England sind, denen hängt Manchester City schon ziemlich, das war jetzt ein Freundschaftsversprecher, sorry, schon ziemlich zum Hals raus, denen hängt die zum Hals raus und ich glaube, wenn man die Aussicht hat, dass dieser lästige Klub, der diesen Meistertitel eigentlich geparkt hat und du kannst ihn nur schlagen, wenn du selber 100 Punkte holst gefühlt, den loszuwerden, ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viele große andere Vereine stören würde, deswegen, ich bin hier vorsichtig optimistischer, was eine adäquate Bestrafung angeht, wenn sich die Vorwürfe denn als gehaltvoll herausstellen, als es bei dem UEFA-Verfahren war. Genau, unter anderem ein Vorwurf war, dass Roberto Mancini damals in seiner Amtszeit quasi ein offizielles Gehalt hatte und dann eben, damit es nicht in der Bilanz auftaucht, noch nebenbei die ein oder andere Mark überwiesen bekommen hat, ähnelt sich ja dann tatsächlich auch so ein bisschen mit der Geschichte von Juventus Turin. Kann man da den Vergleich ziehen? Schon, weil bei Turin ging es auch darum, dass im Endeffekt Gehälter geflossen sind, die so nicht verbucht waren. Da war es dann, glaube ich, so, dass man im Zuge von Corona auch gesagt hat, hier wird auf Gehalt verzichtet. Das ist dann das, was offiziell kommuniziert wurde, um dann auch Steuerlast zu drücken, was auch immer, aber dass dann eben über andere Kanäle diese Summen dann eben doch geflossen sind, eben dann am Start vorbei sozusagen. Also gewisse Parallelen drängen sich da definitiv auf, ja. Also Manchester City vielleicht runder Punktabzug. Ja, also ich habe mir nochmal die Vorwürfe, die man, glaube ich, also es sind 105 Regelverstöße, glaube ich. Och, geht ja. Ja, schon einige und vor allem der eine ist mit Roberto Mancini halt, aber da gibt es auch noch andere, dass einfach auch die, ja, die Belege einfach gefälscht wurden beziehungsweise die Summen, die da unterwegs waren. Also das sind schon heftige Vorwürfe, aber ja, ich bin auch halt ein bisschen pessimistisch, ob es dann wirklich zu einer Bestrafung kommt. Dann lass uns das Thema zumachen. Wir haben sehr viel über Fußball gesprochen, sehr viel über Emotionalität und auch Geld im Fußball, aber auch von unserer Seite hier nochmal ein wichtiges Anliegen. Wir wollen nämlich nochmal über die DKMS sprechen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Willi Orban, Profi bei RB Leipzig, hat sein Spiel passenderweise gegen Union Berlin verpasst, da er Stammzellen gespendet hat. Das Ganze ist unfassbar wichtig im Kampf gegen Blutkrebs. Wir haben hier nochmal eine kleine Grafik für euch eingeblendet und wollen dem Thema einfach zusätzlich auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Ich bin tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren jetzt registriert. Nehmt euch vielleicht kurz die Zeit. Ihr seht alle Informationen hier eingeblendet. Könnt da wirklich was Gutes tun. Ist ein super wichtiges Thema. Wollen wir hier zum Abschluss der Show nochmal unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Vielleicht seid ihr ja tatsächlich derjenige, wo die Stammzellen benötigt werden, wie zum Beispiel eben bei Willi Orban. Also sehr gerne dort registrieren. Geht auch super leicht und super schnell. Könnt ihr wirklich was Gutes tun. Und dann sage ich jetzt abschließend vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Ed Broski. Einen großen Applaus für alle unsere wunderbaren Gäste hier in der Runde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im März wieder bei unserer Jubiläumsshow. Dann wird Ed Broski einfach schon ein Jahr alt. Also im März, ich meine es ist der 13., der Montag. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich habe es jetzt hier nicht stehen. Aber 13. März einfach mal im Kalender eintragen. Der Montag wird es sein. Unsere Jubiläumsshow werden auch wieder wunderbare Gäste dabei sein. Ich sage vielen lieben Dank. Auch Dankeschön an euch, dass ihr gekommen seid. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Und macht's gut. Dankeschön fürs Einfachen. Danke. 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 Danke.